herzlich willkommen boys and girls ja zu einem wunderbaren live stream wie spürt pre weiter und bringen diese noch mal mikaela mikaela heute ihre medizin ja wir haben es schon 15 15 angefangen ja sogar 20 sekunden bonus mal gucken ob reff vielleicht nach woche 2 sich wieder denken so ach naja kommen zwei wochen pause kann ich ja wieder kommen kann ja hoffen ja außerdem heute 25 22 20 und 7 ist dabei und ich habe heute ich habe mein putz waren putz aufräumen wimmel das wurde dann richtig zeit die tote wespe von einem schreibtisch entsorgt ja die waren immer auf dem glasen derzeit der woche das ist auf jeden fall tot der mit zettel die jetzt so reingeschmissen hat den zucker und vom balkon geschmissen die über eine woche eine scheiß wespe da liegen ist ich wollte sie wirklich todes ich hast du denn die ist klar da anfängst ist das zu mit zelt zu machen die dann daraus liegt und da habe ich auch keine lust gehabt und außerdem habe ich hier noch ein neues energetisches getränk mit für sich passions frucht und das heißt es schmeckt so also farbtechnisch könnte das urin sein ja es ist aber es ist ja für die passions frucht und das Apfelsaft urin mäßig geruchstechnisch sehr süß ein bisschen nach honig finde ich honig und Wassermelonen oder honigmelonen nicht eher nach physisch sondern nach honigmelonen finde ich was ist denn das hier naja kostet er mal hm 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 so ob man dem den rest der oberen brusenradwahl weggeschlürft ich kann nicht sagen was es schmeckt und vielleicht hat mir auch erst vor fünfzehnen geputzt oder so das ist ein bisschen schwer zu sagen hm um 15 uhr oder was 14,45 14 ja ich bin ja erst im 11 aufgestanden dann habe ich aufgeräumt gegessen ach jetzt haben wir aufräumen ach guck mal ich putze jetzt mal meine zähne meistens das problem ist am wochen vergesse ich morgens die zähne zu putzen weil ich einfach dann so viel scheiße mache sitze ich am rechner schon und esse irgendwas nebenbei und so abends putze ich mir die zähne am wochen im bett gehe aber morgens vergesse ich es immer in der woche kriege ich es hin weil einfach bevor ich auf arbeit los war putze ich mir die zähne ganz klare sache aber hier ist halt so viel mit der die routine halt weil ich halt nicht so zu festzeiten aufstehe und esse und so war das weißt du ich nehme was dann am rechner oder so frühstück ja was hier oben what the what the what the what the heck hallöchen äh was was xlicking äh xlick 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 er man soll er von hier aus daran gehen dass wir probieren und mal darauf so und jetzt daran ich glaube ja dass man die richtung ich finde auch mal gut kannst du vielleicht nein das ist mich voll an die simpsons ja dieser move er meine güte also der war ja von der kivität aktivität noch schlechter als meine stream titel ja ich hab kurz nichts ein bisschen lud war drinnen aber mehr und ich okay nicht ja aber das überprobiert das ist immer der versuch war es war es ja wer der hatte als fertig hat da irgendjemand schon mal wirklich das gemacht in irgendein streamer wissen wir jetzt mal wenn sein name so heiß würde das ist vielleicht vorgelesen das wäre vielleicht anders noch gewesen ja das hat komplett wobei die überhaupt da mich komplett durch den dann braucht zu hellwort der luke ja als ob jetzt ob das funktioniert jetzt siehst du von streamer zu streamer und versuchst ihm alle zu bringen das vorzulesen ja das ist voll viele und haben die es dann im nachhinein mitgekriegt oder was so wir würden uns noch leben holen was er erzählt gehabt davor ich weiß es schon gar nicht mehr 80er putzen aber ich werde ein bisschen wasser trinken um diesen zahnpasta geschmack von der zunge zu bekommen ich möchte wissen welche von dieser energies vom geschmack am besten schmeckt und wenn ich jetzt bestelle größeres stück ordnern würde ich ja nicht ein 15 stück von dem energy haben wenn man nicht schmeckt ja das wäre ein bisschen doof so wie haben wir runter hier ich habe ich gedacht das können wir durch die gang natürlich viel cooler gewesen ja 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 offenes hauptsache die piste raus gefährliche gaswerte entdeckt ja 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 bitte evakuieren sowie offene feuer oder funken vermeiden wird betreten gefährliche gaswerte entdeckt bitte evakuieren sowie offene feuer oder funken vermeiden bis reparaturen abgeschlossen sind kann ich nicht einfach das ab wieder abpumpen einfach hier war mal die hässlich ist mit seiner bräder beantrag ich nicht natürlich sehr feld im drin ach komm was sollte ich mache es schnell weil er versucht was soll zu klatschen das viel was das mich gar nicht geheilt soll ich die operator oh gott der hat mich halt nicht gehalten ganz mal den von mir grüßen ja wirklich wirklich so simsons mäßig ja so rosa rosa eichel grüßen ja bei mir wo ist der mit separator da ist er doch meine güte warum ist das alles wieder wie alle anders gemoved ja ich bin schwer ob ich will mich weder nutzt als die chamele packer informieren mit separator ist es sicherlich ein Ich geh jetzt zu Skyrish. Shit. Heil mich. Heil mich! Du hässliches Scheißvieh, wirklich! Was ist denn mit dir los? Geil. Ich habe sie nicht gesehen. Heil mich aber jetzt. Danke. Vergesst mal den Patientenfragebogen nicht. Seuer oder Funken vermeiden. Ich spüre diesen Effekt wieder zu können. Ich hatte einen Waffen-Upgrade mitgehabt. Schickes Waffen-Upgrade. Auflagerstunde geht bitte. Warte mal, bis der Effekt weg ist, dass wir mit dem Geld auch wieder verstehen. Oh. Ja, gefährliche Gaswärter am Ess, Alter. Wir hätten hier einfach durch die Schleuse gehen können. Wie geil, hier ist deine Medizin. Oh Gott. Ein Freund in Doktor schief mittehalten. Sie sind immer wieder für eine Überraschung gut. Ja, klar. Bitte. Direkt in den Hals. Suchen Sie die Einstiche. Allein kann ich das so schlecht. Die Spritze ist ganz schön groß. Du musst ja gar nichts zu geben. Du hast gar nicht gedrückt, die Spritze. Oh Gott. Ich kann wieder atmen. Bitte, Michaela. Und spüre meine Beine. Na, guck mal. Ich habe immer noch Punkte vor den Augen, aber die sind bald weg. Danke, Morgan. Bitteschön. Bitte evakuieren, sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Hm. So. Jetzt haben wir das auch. Unter uns. Vielleicht können die Operator einen nicht heilen, wenn die, wenn Time's in ihr sind. January? Ich habe mich gefragt, dass Sie auf Michaela reagieren würden. Sie haben ihr Leben für sie aufs Spiel gesetzt. Bitteschön. Vielleicht wurde durch die Neuromod-Extraktion doch nicht alles gelöscht. Nicht vollständig. Besonders starke Erinnerungen könnten schwache Eindrücke hinterlassen. Okay. Ach, ich will aufs Geländer rausspringen. Oder Sie sind mitfühlender, als ich erwartet hatte. Sind Sie sicher, es wäre nicht besser gewesen? Ich will nicht unsensibel sein. Aber? Wenn Sie erfährt, dass Sie die Talos 1 zerstören wollen, könnte sie emotional reagieren. Da es keinen Weg gibt, die Station zu verlassen. Hm. Ich bin selbst im Zweifel, ob ich jetzt wirklich die Talos 1 einfach in die Luft sprengere. Ich meine, ich muss mich halt selber dafür opfern halt, ne? Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren, sowie offene Feuerwarnung. Oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Ach komm. Was sollst du gehen jetzt? Ja, 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 ja. Wir gehen jetzt nämlich raus hier, ähm, und, äh, wo sind wir eigentlich jetzt hier? Im Kraftwerk, genau, aus der Schleuse gehen wir jetzt raus und gehen dann... Was ist denn das dichteste Maschinenlabor wäre das Beste, ähm, um denn in die Nahrungabteilung zu kommen? Ja, vom Maschinenlabor kann man nicht mehr in die Lobby rein, weil, ja, und Aborturium. Aber da ist wahrscheinlich übelst viel Shitviecher wäre da oben am rumpimmeln. Wie geht's Maschinenlabor? Also wie ich halt keinen Wegpunkt setzen kann, ist halt bisschen blöd. Das ist ein bisschen schade. Ach, schade, schon wieder nicht. Was ist denn schon wieder das Ding? Boah, die Selter, die spritzt hier wieder rum, ja? Ich bin wieder am Grinden. Am Grinden in Warframe oder was? Jo. Ah. Eine zwölfprozentige Chance entwickelt sich langsam gegen Null bei mir. Jo. Das sind nur bis zwölf Prozent, ne? An sich, also. Ja. Ja. Ich hab halt, wie, äh, Profis in der Handwerk Lampe angebracht. Ja, das war wahrscheinlich schlecht, ja? Sieht sogar gar nicht mal scheiße aus. Oh, zu sehen. Weg hier. Ich hab mir nichts gemacht, das ist ja. Wir müssen... Was? Rumpfdurchbruch, Kraftwerk... Ah, aber man kann ja nicht was mit Loot zu machen, wahrscheinlich, ne? Können wir das jetzt hier zumachen? Tinktank. Tinktank. Okay. Hier fließt also das ganze Geld von Trance da rein. Chief? Sie sind am Leben? Igwe? Sie auch? Leitende Systemingenieurin Ilyoshi. Was zur Hölle? Morgan, ist das... Nein, nein, nein. Das, äh... Ich bin Jenniferi. Morgan Hughes persönlicher Operator. Da ist wohl wer in die eigene Stimme verliebt. Oh, ist das hier mit den 3 Neuromods drinne? Noch jemand? Aus den Laboren oder der Psychotronik? Ist das Morgans Terminal? Und ein Fabrikator? Uh. Bitte nicht. Morgan, kommen Sie hoch, sobald Sie können. Sehr schön. Noch mal schnell ein paar Neuromods abgestaubt. Ah. Da müsste nicht 3 gewesen sein? Wir sind hier irgendwo anders. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind. Guck mal drauf, dass man die Tür aufbrechen kann. Das hat kein Strom. Okay, halt abhört das. Bitter kann ich die Tür aufbrechen? Wo kann man auch aufbrechen? Ja, mach mal. Da ist nichts drin, aber sehr gut. Also nichts drin Viechern. Psi, Psi, Psi. 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 und dieses ziel das brauche ich nicht so viel über ich habe jetzt auch 57 spritzen aber es kostet nicht so viel passiert also von daher ist es eigentlich nicht so laut dann müsste ich das jetzt ja nicht auch kündigt haben draußen raumdurchbruch kraftwerke warte mal ich bedrohe ich möchte noch mal zuhören Was ist denn da für eine Aussage, was ich hier habe? Okay, nur verärgert damit, aber da haben wir nur noch etwas hier. Wo war das der verärgerte Mitarbeiter? Wo ist er denn hin? Da. Finde einfach den, deine Schicke oder was? Finde, Graient, Lockwood, Außenbereich, okay. Ne, der hat das bloß noch ein Ziel. Über die grünen Punkte, alle abklappern die hier oben noch sind. Mehrere Ziele, mehrere Ziele, fliegen wir da hin. Uh. Okay. Bin gespannt, was hier passiert. Schnell speckern wir nebenbei, wie so ein riesen Vieh wieder auf uns zukommt oder so. So 50 Bruch Maschinenlabor. So 50 Bruch Maschinenlabor. Das ist hier ein Hardware Lab. Rumpf, drüber verschiedenlabor. Oh Gott. Jetzt siehst du eh den Nägel, wir nerven wieder hier. Oho. Oho. Ne, ne. Ne, ne. Ne, obwohl, ne? Menschliche Leiche, da hinten ist das Wohin? Müssen wir wahrscheinlich den Typen finden Das könnte das voll gut sein Oh, wie riesig ist das Teil Was ist hier unten drin? Ich verstehe Boah, jetzt hier der Punkt für die menschliche Leiche Ich hoffe es wird für Exodos Material, da ist es auch Guck mal, jetzt bringt es dich ab, das ist sehr gut Wie soll ich da zur Leiche kommen? Kommt ihr jetzt wieder her Wahrscheinlich durch dieses Loch dann einfach durch Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Boost dran eben Transcribe Und ich frage sie Leiche Ich glaube, etwas verfolgt mich Ich höre es immer wieder, das ergibt keinen Sinn Das ist nur in meinem Kopf Matteo, David, ich habe euch beide lieb Mama, tut mir leid Ich weiß, du wolltest mich nur beschützen Ich habe dich so lieb Oh Gott Oh Gott Ich bin nicht hiergegen geflogen Ach, da hat Transcribe so eine hässliche Wand aufgebaut oder was nehmen müssen was snacken und mann vorkommen bis zur rüstung reparatur nehmen jetzt am liebsten reihen maschinen aber wir sind leichen auf jeden fall im typen waren sie aber noch stelle fliegen ist halt auch geiler rumpf drückbruch besatzungsquartiere wie komme ich denn da hin ich würde ein reiner was oh gott Wait, 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 hier noch die Distributor-Taser. Ja schön. Oh nein! Fahren wir eigentlich hier schon mal? Ich weiß, das ist halt auch nicht mehr so genau. Das ist halt alles so anders, was man hat. Ja, aber noch nicht. Schnell speichern. Ein paar Snacks reindrücken. Wenn wir den Clou rausholen, dann geht's los. Rainer. Ich hab mich schön selbst gestackt. Aber ich hab den weggedrückt schon. Oh, Snacks! Sehr schön. Wenigstens mit Louis nehmen. Ob ich irgendwie ein bisschen verteidigen kann, wenn ich die Viecher irgendwie einsauen kann. Ich hab den scheiß Schrank da weg. Heads up! Heads up! Uh! Man, macht er den Schrank da weg! Ist er irgendwie weiter gerutscht? Ich glaub nicht. Können wir tragen, stimmt, da war ja was. Bitte räumen Sie die Öffnung frei! Ja, bitte räumen Sie die Öffnung frei! Am Arsch! Öffnung frei! Der Antrag in Warn! A-Moriner! So! Trendstar Piramint! Vielen neuen, neuen Medizin-operator bereit zum Einsatz! Bitte machen Sie die Öffnung frei! besetzteile zu sich quartiere ganz schön leer ich fühle mich nicht schlecht du bist jetzt ist ja das einfach so ist da sind es auch nicht oder ob ich da wissen was du hast es ist wirklich schubsatz und wirklich schubsatz schläge mit der zange deutlich häufiger als schläge mit der rotzange rein damit und erhöhte aus der generation rein damit aktenkoffer exotisches organische material ok das lud mein bierchen hier und jetzt ab wieder raus hier rumpfdurchbruchbesatzung quartiere rumpfdurchbruchbesatzung quartiere darum ist noch mal ok das gehen wir da noch mal hin diese riesige solarpanel wand wir machen die riesen solarpanel aber trotzdem noch reaktor oder was ok ohne ohne nicht jetzt sehen hier gut dass man die blut auf eine expedient sind das ist einfach damit umgehen mein danke oh gott wirst du auch weiter kompromittiert meine güte oh gott weg hier nochmal damage gedrückt geil ach so muss ich ja eigentlich schon mal kurz die orientierung verloren ja das ist schlimm mit dem schwerelosig kalt aber jetzt nichts so ist das papier das war es schon wenig wenn sie bin selbst ich enttäuscht oh gott zu sehen ist genau so tote hose ist hier egal kann nicht sein aber was leer ist das teil hier wow 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 wird schon krass äh finde ich schon krass an der nicht an das hier einfach nichts ist haha ha ha elektrisch äh typopat das war jetzt halt auch seine schwächen da äh forschung technopat das sind die ja genau die sind fast gleich ist aber der hat hier schwächen mp ok mp hat einfach dann da der mit dem ding drauf ok sehr gut zu wissen das wird die fähigkeit wieder auswählen und wir müssen zu schützen und den mp da rauf und dann mit der pistole ran das ist geschützt wird weggeglut der oder mal im pk und wir hier äh die bestimmte piste hier rauf gut nach nach dem ist jo und einer das dauert und so schützt hier oben hacken wird was vielleicht noch das sind sich geteckt einfach das was auch noch mal sicher gehen können weil wir haben jetzt wieder ein Gott ein upgrade mehr drinnen teilweise müssen wir bald an die grenze gestoßen wo wir halt schon geschützt erkannt werden als als alien wo erstmal noch rüstungs reparatur nehmen müssen wir snacken kurz mal schnell speichern hier muss doch hier irgendwas groß bringen diese besatzungsquartiere durchzusuchen zu durchsuchen eher gesagt bis jetzt sieht es halt noch nicht so das ist halt kein strom vielleicht könnte man hier irgendwas noch auslösen irgendwas wichtiges aber das war's das war's das war's im press oh wait what da ist äh ein shuttle frag ja ja das ich mir mal angucken menschliche leiche oh 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 ah oh 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 das ist ja wahrscheinlich auch welche phantom sonderung dann bist ich setze die man erstmal nicht mehr ihr wollt das ja auch fliehen die verteidigen nichts wird okay teifen können haben wir kataplan jockey und neuromod das ist aber nice und was kommt hier hinten nach ich bin ja nicht unser blitz jetzt hier kehl oder so was ist hier für eine steuerung steuerportal reparatur 3 wahrscheinlich nicht den krimi und die tür hinten auf und die bringen sie einfach auf das ist natürlich auch der kiste da verbrühten zu recyceln leider ok und neuromod sehr schön gucken wir mal was wir brauchen reparatur 3 hätten wir halt auch schon ganz geil bei reparatur 3 ja acht euro mazpa papa 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 nee nee ich weiß nicht was ich am besten machen ist ja voll schon kann sie nicht naja oder ich brauche das abgehört hat aber das habe ich nicht mehr für platz für lud ich das am besten auf ach kommt präzision was soll für mehr reichweite ach kommt präzision reichweite ja so wahrscheinlich würde das shuttle dann wieder wenigstens licht drin sein oder sowas kann man nicht looten schade warum nicht fuß fesseln keine ahnung was hier passiert ist aber irgendwas hat der teifens wollte sie nicht weglassen aber um ist das aberturium sein oder nicht für diesen effekt drinnen wir wissen das hier was die rakete von gestartet aber ist von hier wahrscheinlich sehr wahrscheinlich sogar oh gott oh gott schnell nicht die kopfdosen lasst uns jetzt mal in das maschinenlabor muss der reine das war das maschinenlabor maschinenlabor musste noch ein ja dann gehen da erstmal schöne sachen wie reparatur drei hacken dreiecken vier wenn es geht anders gehen ja so richtig der op-schirm und um die look rein bringt es irgendwas aber es da um daten sein ok schaffe lagert zum lager für exotische material das will ich erst mal nicht schattel luft also shuttle dock sperre das ist gesperrt lüftlose kraftwerk mehrere ziel das wird auch schächern vielleicht ist gegen das leben nicht so gut weil ich schaffe es einfach nicht ja das natürlich doof also ich habe es jetzt bestimmt schon 15 mal gemacht bekommen gar nichts das ist natürlich sehr doof wer ist maschinenlabor schnell speichern ist es in so ein seltenes item oder was das hat eine zwölfprozentige chance das wenig ich sehe das ist eigentlich relativ häufig ohja das ist zu in kommen ist jetzt safe mittlerweile geknackt hier ecken drei ach shit die türen sind verriert ich kann hier aufbrechen warum sollte man das reparieren und hier wahrscheinlich noch durch reparatur 3 reparatur 2 da oben ist das eklige mistvieh jetzt kommen wir hier wieder rein oder was steuer portal tutorial okay ist mir schon klar trage mich ich gehe kurz auf toilette macht das wir jetzt verschiedene bauerein würde ich sagen aber das ist jeden erst der kürzweg waren und die uns verfolgen die auch kurz kehren und wie sind es denn oh meine güte so und der auch dass du es eigentlich effektiv sei für das ist nicht teuer aus erfüllt seinen zweck komplett so oh gott oh gott oh gott oh gott danke so rein maschinenlabor betreten ja und von maschinenlabor kommen wir in die lobby und verlobten eure mutterbote ja die kippel darüber zerstören so jetzt müsste langsam aber mal die zahnpasse weg sein im geschmack ist schneller das wasser ausdrücken oh ja doch schon das wasser ausdrücken Ich möchte auch nicht mehr sagen. ich hoffe ja ein schmoltergeist da kommen wir einfach so weg drücken oh gott der match oh gott und noch einer du bist auch noch voller geist kein problem ich durch alle gerne voll ist es überhaupt gar kein problem für mich es ist ja auch der poltergeist einfach schiss der poltergeist er hat einfach schiss so sehr schön ist auch weg das ist sehr relativ genau jetzt kommen wir hier ein endlich wo es ist so dunkel war das immer so keine ahnung hebekraft 3 endlich er die genugtuung dem misty looten zu können ach komm jetzt nimm doch hier den mist hier weg glu raus den weglooten hier man wirklich jetzt waffen upgrade sehr geil sie teifen köder hier wirklich gute stadt der neuromod noch ersatz teil hier liegt hat einfach der geile scheiß immer dran glu noch mal drin da ist wirklich der geile shit jetzt können wir uns waffen-upgrades selber bauen lol tür 4 funktion mondtür reparatur 3 oh mann äh neure mods haben wir jetzt genug wahrscheinlich nicht ne einer fehlt und welche tür ist es aber der ganze helfe ist ja da was oder sind was drinne und das will ich haben es leuchtet richtung auf schnell speichern dann versuchen wir mal durchzukommen das hat noch groß damit zu kommen ist das hässliche strom teil natürlich nicht operat operat ja oh bist du denn albtraum verstecke von dem so ziemlich irgendwas zu machen es lohnt sich nicht laden die tifons waren zu mir die finde ich komme nicht an mich ja schon scheiße oder phantoms oder für nicht die weg oder finden die mögliche unterpassen aber die die fähne kommen auch nicht runter um das ist interessant wenn man die hit den verstecken sich dann haben die ab und verstecken sich wieder her dann die apple auf dem fußboden ja das ist die normalen phantoms und die verstecken sich dann irgendwo porten sich dann weg und dann liegen die da auf dem fußboden denn so hat wie jetzt sind sie chaos und so ein block aufmissieren kannst du jetzt wirklich dann halt wegtreten gefühlt ja das hast du teilweise wirklich dass die erwarten wenn es musst du wirklich verfolgen und dann killen das ist echt krass ja erstaunlich aber es war eigentlich echte mensch ich denke mal das ist einfach so der menschliche instinkt was das darstellt oder weiß ich nicht frage mich nichts die geschütze nicht reparieren hat sich überhaupt nicht gelohnt was auch das hand ist was nicht schlecht ist wenn ich einen bereich geklärt haben wir uns gesehen hat hier der ist bleibt nicht lange geklärt der wird wer zurückgeobert heißt also ich hab das hier sind wir hier waren poltergeist jetzt ein albtraum ich hab das maschinen aber ganz am Anfang gesucht ja hab das geklärt wir haben anfangszeichen jetzt ist hier ein Albtraum der hier rumbleibt und Maschinen und Poltergeist und sowas ja also es wird er zurück in Anführungszeichen verseucht oder so ja naja ja ja das bleibt das bleibt alles nicht sauber also machst es mal bist in drei vier stationen unterwegs und die andere wäre besetzt ja sozusagen also kannst die station nicht die basis komplett befreien so finde ich wirklich gut eigentlich ja war noch ein komplizierer medizin operator zu behalten mich jetzt noch nicht und ich habe ich habe ein waffen upgrade fabrikator plan bekommen jetzt habe ich das ist sehr gut das war in so einem level 3 cash drin ja wo ich hier bekomme ich einfach wozu ja gibt es ja gibt es kommt einfach weg platz jetzt was passiert jetzt wieder platz immer weg oh das war es von ihm jetzt normal fände wirklich jetzt schnell speichern kurz reparieren wir das mal schnell hier glaubt mich irgendwo gab es auch medizin operator hier ist die looking glass das looking glass ist wieder heiler aber das ist die cystoide jetzt weiß ja nicht was es ist ja hier ist kein versteck mit den neuromods drinnen das ist ganz cool wo gab es denn hier medizin operator aber ich kann auf die karte mal gucken gar nicht gut wer ist ein recycler es gibt gar keine heilung okay dann werde ich für die pex nehmen müssen johann ist halt richtig viel sie müssen nachfüllen zwei sachen snacken noch eines lecken so wenn schnell speichern die versammt erster abends dann machen wir mein licht dass er da nicht einfach kämpft wenn licht anders ja wer kämpft schon gerne im dunkeln das thermal fände machen natürlich das sehen ob ich relativ egal ob licht anders oder nicht aber da geht auf der aufzug und sowas was gucken ich kann mal zum zeit erst mal gehen bin ich voll forschung thermal fände was hat keine schwächen die wo was ja schwächen ist was psychisch ja aber nichts was für dich denn der menschen macht ich kann es wirklich bluten und versuchen zu killen mit schrot und du kannst ja auch nicht da war ja was sich lange spricht sehr sehr schnell wieder aus das heißt repariert auch die zeiten als die normalen fans noch schwierig waren ja die guten alten zeiten damals ja damals mal hier kursstrahl pistole schraub ich werde die menge metall bekommen wir versprechen eine menge metall die ganze menge metall und ja gut 4 bis ok wir gewissen die für sie war abgabe material kostet das wahrscheinlich auch schon relativ feuer sein aber juckt mich nicht weil das ist halt schon ich kann was für gegen waffen abgeholt war das hat schon ganz geil ich habe meine waffen viele schon max out an sich brauche ich erstmal noch nicht aber ich kann es erstmal gleich feuerkraft mal gleich hoch magazinkapazit nachher geschmeckt kaputt kommt gleich hoch und ein paar waffen ab jetzt einfach baue weißt du das ist natürlich schon ganz geil in diesem brauche ich war noch gar nicht ich habe ihn halt einfach komplett hier dass es ihn gibt älter schild wait what ich habe schon älter schild 14 kaffee gigahertz und dann zu kauf hier zwei mal okay Jetzt habe ich es zweimal. Das ist ja klar, ist da drin. Uh. Entweder habe ich die Loot wirklich übersehen gehabt oder ich weiß auch nicht. Also wenn man in alte Bereiche kommt und noch Loot findet, dann ist das schon ein trauriges Zeichen für mich, ja? Oh. Oh. Ob es gut ist, jetzt kann ich halt endlich, wenn ich auch Hacken 4 habe, kann ich ja alles hacken. Kann ich überall rein, wenn ich Hebelkraft 3 habe und so. Also fast überall rein, dann kann ich überall rein. Wenn Hacken 4 ist, kannst du überall rein. Jetzt alle Türen aufhecken. Aber Hecken 4 würde wahrscheinlich auch unter schwer sein. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Zystoiden-Nest? Wo? Oh, da oben. Boah. Hör mal die Erder-Phantom schon weg machen. Kurz gucken. Da ist der Crew-Strahl, der war auch voll. Und die Schock-Pistool. Auch voll. Ich denke, ich werde einfach da eine Nullwellen-Transmitter hinschmeißen. Um den erstmal außer Kraft zu setzen, dann habe ich schon unterschrufen darauf zu drücken. Okay, nochmal scannen. Thermal-Phantom komplett durchgescannt. Thermal-Bombe? Warte mal. Thermal-Bombe? Thermal-Bombe erzeugt drei Pfeilen aus super heißem Plasma, die innerhalb von 5,5 Metern bis zu 125 Feuerschein verursachen, wenn sie ausgelöst werden. Organische Gegner brennen mehrere Sekunden lang weiter. Oha. Jetzt kommen die OP-Fähigkeiten hier raus. Was ist denn der Personsfrott-Energy? Den kann man auch gut trinken. Der spielt auch nicht schlecht. Der schmeckt... Nein, das ist das Schmecken. Ich trinke es ja wenig im Geschmack. Du trinkst doch nicht ein Bier, weil du besoffen willst, sondern weil es dir schmeckt halt nicht. Was dir schmeckt? Keine Ahnung. Als Beispiel. Ich weiß nicht, warum man Bier trinkt. Ja, weil es einem schmeckt anscheinend. Mir schmeckt es auch nicht. Ja, weil es einem schmeckt. Du trinkst... Ja, ich trink das nicht. Du trinkst es halt nicht, weil es nicht schmeckt. Du trinkst halt lieber russisches Kochwasser, weil es dir schmeckt. Ja. Weil es mir Spaß macht. Ja. Und ich trink halt dieses energetische Getränk, weil es mir schmeckt. Nicht oft. Ab und zu. Jetzt trinke ich es in der Zeit. Ich brauche die ganzen Sorten durch. Weil ich einfach jetzt... Ich weiß nicht, welche Sorten mir schmeckt. Sonst ist es vielleicht alle zwei Wochen mal. Aber jetzt habe ich Bock auf so ein Teil. Traufe ich mir. Oh, das ist mir nichts. Oh, das wurde noch angezeigt. Ich bin noch blöd. So, der ist jetzt... Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Ich habe irgendein Effekt. Ich habe Effekt Status. Zinutralisiert. Einsatz von Zielkräften nicht möglich. Effekt ist vorübergehend. Ok, ja, ok. Jetzt können die also nichts machen. Heißt, wir können die jetzt sechs Schroh finden. Das kann man nicht mal attacken. Das kleine Scheiß. Ada Phantom. Das war eine richtig gute Taktik. Das war eine richtig gute Taktik. Das kann man nicht attacken. Hat mir kein Damage gemacht. Hacken 3. Shit. Schade eigentlich. So, erstmal schön die Pistolpisch Schulzki rausnehmen. One Hit. Und jetzt überall noch Phantoms am Rumpimmeln. Oh Gott. Ich habe es doch gelesen. Großer Nämlich. Aber war ich denn nichts? Matthias ist hässlich. Jetzt ist Edenes. Warte mal. Willkommen. Ach, hier ist ein Medizinzustand. Warum wird das nicht angezeigt? Komm. Hei dich mal. So. Ach, die können nicht, die können nicht fliegen, die Teile. Lustig. Vielleicht liegen wir jetzt bloß da, oder was? Interessant. oh gott geht doch kaputt jetzt kann ich hier oben rein oh gott oh gott oh gott Yo, 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 okay, warte mal, muss ich das gleiche nochmal neu. Jetzt hab ich wahrscheinlich das Thermalfandum nicht mal gekillt. Oh, hier hab ich gespeichert, oh. Was war denn jetzt, was sind die Schwäche vom Weber? Forschung. Hm, wahrscheinlich würde ich da auch gerne sprechen. Nullwellen, okay, warte, ich bin mit dem Klo wieder, jetzt. Wirklich, wenn ich Erd tränke, muss ich den übelst doll aufs Klo. Weiß ich auch nicht. Gesundheit. Danke. Immer noch nicht. Was denn? Versuche seit einer schon einen Teil zu bekommen. Ich habe keine Menschen. Ich habe keine Menschen. Ich habe keine Menschen. Sondern, dass du mal so bist. Warum machst du das immer? Und warum machst du das immer? Das ist angenehm hier drin, muss ich sagen, jetzt wo ich davon gearbeitet hatte, also aufgepladet und sowas, war mir halt richtig warm, die Luft auch so nass ist eklig und so, jetzt ist es halt sehr angenehm, ja, mal kurz die kleinen Viecher herrige machen, ok 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 0 wählen Jetzt sind die schon mal jetzt hier gestanden, jetzt können wir die erstmal hier Phantom Jo, weg ist er Sehr schön Kurz mal ein Lula draufdrücken Thermalfeld am sehr gut Und die Pistole, Pistolsky Darauf nehme ich auf die Kiste hier Überraschungsangriff Auf Auf Katanmimic Tiefe aber auch noch eine Fraktion ich Oh da ist er doch Oh ja, jetzt wirst du ihn, er ist da. Oh, was ist da kompromittiert, der? Was ist da passiert? Das ist ein kompromittierter mit Slipperrider drin, oh Gott, tschüss, bis morgen, ne tschüss, okay, ach so, ich verlass dich noch nicht, das ist gut, noch nicht? Okay, die ganzen kleinen Viecher werden alle jetzt explodieren lassen, so, oh Gott, ist noch weiche, oh Gott, hey, ist das Feuer hier laut? Ist mir zu lauter, mach ich es einfach aus, damit es nicht auf den Sack geht mehr. Komm, dieses kleine bisschen Kackfall macht jetzt so viel Krach oder was? Noch, ach hier, oh ja. Wo jetzt noch? Ach, dahinter. Wie sollen wir das Feuer ausmachen? Gehörtlich. Wie soll das Partikel-Effekte von dem Feuer kommen, wirklich? Ist immer noch so übelst laut, Alter, ich hasse das! Feuer, Sound mäßig. Hm. Kokosierte Feder. Das Spule. Das mache ich jetzt. Wie noch hoch zum Weber. Aber davon heilen wir uns erstmal nochmal. Wir sind ziemlich, was der Weber die Schwachstelle ist. So gut wie neu. Führen Sie bitte einen Patienten-Fragebogen. Ne, ne, brauche ich nicht. Auch kein Fragebogen. Hm. Äh, der Weber kriegt auch ein Null-Werder rein. Oh Gott! Oh was? Oh Gott! Ja, der macht normale Phantoms, ich werde bekloppt. Der, der, der Fahrstuhl, äh, der Phantom ist hier oben irgendwo. Da oben versteckt er sich. Oh, warte mal. Schon ein Null-Werder noch mal aufschmerzt aus dem Weber da oben. So, und jetzt, da wird der Strom wieder rauf. Weg mit dir Weber. Wirklich. Schlimm mit dir. Phantom. Wo sind die Überreste vom Weber? Warte, ne, noch zu sehen. Uh, ist eine Warnungstür. Mal später nochmal. Aber ich will ja kurz die Weber looten. Ach, das war der Weber. Uh. Nein, da hat sich jetzt, da hat sich jetzt kein Gloofi. Oh, keine Schufe. Egal. Schnell spielen, dann gehen wir gleich oben noch gucken nochmal. Aber erstmal will ich jetzt gucken, was hier unten drin ist. Ah, das ist das. Okay. Okay gewesen. Strahlen im Weber-Labor. Geben wir da mal rein. Bin jetzt mal gespannt, was hier drin ist. Was erwartet. Da ist ne Phantom drin. Epsi. E-Mails. Okay. Wo ist ein Cystoide? Da hinten in Ecke. Frecher Fratz. Oh, ist auch ein Phantom drin. Hallo. Na du. Ja, scheiße für dich, ne? Da ich noch spulen. Die nehmen wir auch noch mit. Kühlstratzen. Oh, sag doch, ne? Aus Franziskabio nehme ich auch mit. Ich würde da schon gerne rein. Oder was wenn wir dann eine Wacht bekommen. Ich kann mir den Kühlstratzen, glaube ich, das kennen. Ah, Kuhstrahlsteuerung. Okay, verstehe. Ich glaube, dieser wird man ja zuerst mal kennen eigentlich. Aber, ähm, ja. Kuhstrahlsteuerung. Bitte stellen Sie sicher, dass sich die entsprechenden Ziele in der Reichweite öfter befinden, bevor sie die Feuertests starten. Feuertests müssen auf drei oder weniger Sekunden beschränkt sein. Das ist aber ganz schön fett, dass die Waffe hier. Oh, shit. Äh, Teststratregeln. Abfeuern. Ja. Gut. Entriegeln. Ach, der war hinten dran. Okay, verstehe. Oh. Sehr schön. Alter, der hat aber viel mitgehabt. Organisches Material. Oh. Interessant. Hier, der wird erst bei theoretisch die Kuhstrahl kennen. Theoretisch. Praktisch, äh. Naja. Tausend. Über 1000 Schuss haben wir jetzt dafür. Oh. Ohioioioioioioioioioi. Das schmeckt. Das schmeckt mir doch. Kommen wir hier zu ihm rein. Blackbox, da machen wir das auch noch, da gibt es auch eine Mission für uns. Und dann machen wir mit den Schraubenschlüsse wieder kalt, Munitionsspanier. Wir machen nicht umsonst so viel Damage mit den Schraubenschlüsse. Uhuhuhuhu, Q-Zellen-Fabrikator haben wir auch bekommen. Sehr schön und jetzt nochmal Q-Stratzellen. Sehr schön, Dateien übertragen, Projekt Blackbox, Teifenkühler, Q-Stratzellen, nochmal welcher? Uh, die liegen aber über die ersten, die geht hinter, da sind sie, Projekt Blackbox Daten übertragen. Finde, ok, habe ich es auch. Upsi nochmal mit hier, Schraubpatronen, sehr schön. Ist ein Operator hier oben, ok. Wollen wir den Operator mit Q-Stratzellen ausrüsten oder was? Gummihandschuhe. Jo, das war auf jeden Fall nicht schlecht hier oben, das Labor. Boah, da ist ein leckerer Luft hier drin, ne? Dafür muss man das von außen reparieren, höchstwahrscheinlich, dass, ähm, dass die Tür zugeht. Hm? Das ist der Atmos-Normale-Apferi drin, dass damit die Tür wieder aufgeht. Da liegt organisches Material, ah, shit. Egal. Das ist jetzt zu spät. Magazin-Operator, bitte. Dein Einsatz ist gefragt. So denn. Dankeschön. Jo, mach ich. Okay. So. Kann man die Magazinkapazität vom Glow eigentlich noch erhöhen? Das weiß ich gar nicht, mal gucken. Nalle, F-Reichwerte, Bewegungsgeschwindigkeit, nö. Aber die Effizienz, wenn ich halt nur brauche, aber das ist, ja, ist auch ganz cool. Schnell speichern, wir müssen ja eigentlich ins Nahromodlabor. Ist hier noch irgendwas jetzt neu dazu gekommen? Kontrapunkt zurücksetzen? Wie ne Ahnung. Uh, Hebekraft 3. Ach, hier oben kann man auch noch rennen. Stimmt. Ist hier auch noch irgendwas gewesen, wo wir noch nicht ran konnten, weil wir nicht genug Hacking-Skills oder irgendwas hatten. Meine Hütter sind wir hier. Hüpfen wir hier lang. Oh, die haben wir auch schon, kurz an, da war ein Tresor ja irgendwo noch. Ah, schon haben wir ja auch alles auch. Wecker looted im Maschinenlabor. Sehr gut. Haben wir das gemacht. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr gut, ja, ja. So, wir rück auf die Taos 1 wieder. Weiß kann man, wenn man jetzt rauskommt. Ach, ich weiß, wo rauskommt. In der Lobby direkt. Da wird's voll sein mitviechern. Ich nutze mich drüber, aber das übelst voll. Ich wette, da hier ist noch ein Albtraum, der jetzt auf uns trifft. Ah, stecken wir uns am besten da. In Moong Yous Büro, ich war ja relativ sicher. In so einem Büro, aber da sind die ganzen Typen. Und dann haben wir wieder Storylernen weiter. Mal gucken. Okay, jetzt noch mehr Bock auf dieses Getränk. Das war sehr lecker. Aha. Die ersten Anzeichen von der Sucht. Nö, das nicht. Aber ich sag mal, die erste Schlücke waren halt nicht so geil, weil ich hatte, nach dem ziehen wir putzen, das schmeckt natürlich auch alles so. Kein Albtraum. Sehr gut. Ah, können wir mal recyceln. Ist eine gute Idee. Ist auch ein Kuhstrahl, den wir noch doppelt haben. Waffe abgekommen, auch gleich mal setzen nochmal. Auf. Ja, aber wenn man ja wirklich die. Ist die gute Pistole, könnte man auch sagen. Auflageschwindigkeit. Ah, das wäre ganz gut, glaube ich. Obwohl, die haben wir jetzt jemals stärker gelevelt. Weil, wieviel ist das Material jetzt bekommen haben? Als die Pistole und die Main Waffe. Also. Mal, die, 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 die Tributer-Pistole angucken. Also. Schon schnell. Ja. Gut, du musst mal, ob es komplett abgeklungen ist. Gut, ja. Der Bildschuss ist wieder heide, frech. Oh nein, das ist eh ein Nest da irgendwo. Verschaffe Zugang zum. Hm. Was macht der Mist denn hier drinnen? Die sind so nervig. Oh, noch mehr. Und was ist denn auch jetzt? Ich habe es da, um. Um da zu sein, um zu nerven. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh. So, Schwäche, Nullwellen, Feuerexplosion. Wir müssen ganz schön wegschrauben, wenn wir jetzt hier das drücken. Okay, Schwäche waren Nullwellen. Ach nee, wir sind wohl keine Nullwellen raus. Nee, nee. Wir müssen das Vier erstmal ausschalten, etwa hier. Gott, ich verzichte es zu ihnen. What the... What the... What the... Was geht denn da ab, Alter? Warum eskaliert denn der so? Ich habe doch Kuhstrahl. Ich hoffe noch, der Mist. Oh. Oh shit, nachladen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nachladen. Explodiert auch. Oh. Weber. Okay. Nullwellen. Haben wir gelernt. Nullwellen ist der scheiß hier. So, und jetzt da mit der Schrotflinte. Und der Schrotflintz geht auf den Weber rauf. Den Weber nicht entkommen lassen. Wo ist der Weber hin? Wo steckt sich der Weber? Der Weber ist dann auch nicht blöd. Der hat einfach drauf. Okay, Weber ist down. Da ist noch so ein Telepath. Oh shit. Shit, 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 shit. Das habe ich Ziel genommen. Ich wollte der Medipack nehmen. Rüstung auffüllen. Kicken wir den mit der Nullwellen. Nullwellen getroffen? Ich glaube nicht, oder? Doch, Kima. Sehr gut. Aber ich will eigentlich mit dem Kuschel einfach den killen. Back with dir da oben, dickes Vieh. Oh shit. Mr. Tucker aus der Personalabteilung. Mr. Tucker? Mr. Tucker? Sofort zu kontaktieren sollten sich ihre persönlichen Daten seit der Luft anbauen. Oh shit. Oh shit. Dein Büro liegt auf der zweiten Ebene der Lobby. Hm. Telepath-Leiche. Oh. Oh. Ey, wirklich. Man sieht viel Zioiden shit hier noch. Und jetzt geht er weg. Geht er weg da unten. Was ist das andere Vieh, wo ich gekillt habe, wo One ist? Was ist denn die Leiche? Die übersteht nirgendwo hinüber uns sein, ne? Die hier. Hette, diese. Telepath-Leiche. Hm. Oh, ich habe noch nicht gelootet. Und der Weber ist auch noch nicht gelootet. Kann die nicht looten? Muss doch. Achter Weber, den habe ich hinten gelootet gehabt. Hmm. Hmm. Ich glaube, das ist ein Zustand, wo man sich wieder frei bewegen kann. Das ist schon mal sehr gut. Wenn man sich relativ frei bewegen kann. Irgendwie ist es so dunkel geworden. Das Licht ist ja auch aus, habe ich das Gefühl. Hier müssen wir irgendwie durch den Aufzug. Oh, was? Ach, der hat einen Recycler angebaut, der Sack. Rein. Dankeschön. Lebenserhaltung, aber... Warte mal. Warte mal. Psychotronik. Narumatabteilung, wie komme ich denn zu Narumatabteilung? Toiletten, Transter, Aufzug, Ebene B1, Lebenserhaltung, Psychotronik. Äh, Ebene 2... Personal... Narumatabteilung, da oben ist er. Traumatzentrum. Okay, wieder raus hier. Oh, hier sind Plumen zum Looten noch. Er ist stuck hier vor. Zeig das Invertar. Das ist doch gut. Und wenn wir die Krankenstation nochmal jetzt hier da reinkommen, weil wir jetzt irgendwie einen Code gefunden haben, aber so, ich hoffe. Wachsen die nach? Ne, ich habe bloß nicht gelootet, oder? Achtung, die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unbezüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Sehr schön. Psi, Psi... Biologisch gefährliche Abfälle. Ja, die brauchen wir jetzt nicht gefährlich. Ach nee, nee, nee. Nochmal Psi, biologisch gefährliche Abfälle. Neuromod, Reagenzlastprobe, Anti-Rate-Fabrikator-Plan. Schick, Reagenzlastproben. Nee, das ist ein gutes Shit ist hier wieder. Und jetzt können wir theoretisch, können wir jetzt hacken. Hacken machen? Was sollt ihr machen? Die Reparatur 3 wird die ja nicht machen. Aber Hacker 3 werde ich auch ganz geil. Und noch Anzug-Upgrade. Uh, es gibt ja zu viel, was man machen könnte hier. Die wollten aber, glaube ich, Reparatur 3 machen. Haben wir. Sehr schön. Wir kontaktieren Sie einen Techniker. Apparieren? Ja, mache ich doch jetzt gerne für den. Jetzt den Operator. Bitteschön. Kannst du mich auch heilen jetzt? Bin nicht. Bin nicht. Bin nicht. Bin nicht. Aber jetzt geht er mit dem Mini auf die Nerven. Und so gelabe ich eine ganze Zeit. Äh. Ach komm. Irgendwache hier rein. Comimic. Nö. Sehr gut. Schick, schick. Safe-Kombination, Hacken 2, okay, angucken wir noch. Hier ist noch ein Buch, Schreibtisch, E-Mails, Dateien, äh, was, die Chefs, weiß, finde Psychotonikabteilung, äh, äh, was ist das, äh, was, den Dechiffrierschlüssel, okay, dann machen wir doch mal. So, hacken wir das auch noch, schnell mit Hacken 2. Also nächstes Hackenstift wäre auf jeden Fall ganz hilfreich, glaube ich. Hacken ist immer sinnvoll. Ja, ja. Auf jeden Fall. Man kommt dann überall ran, im Endeffekt, denn, aber Reparatur ist auch sinnvoll, denke ich mal. Uh, 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 drei Neuromods. Drei Stück. Warte mal, jetzt kann ich, jetzt kann ich wirklich Reparatur 3 machen, obwohl, naja, ich könnte aber auch, ah, ich habe elf Stück, ich habe elf Stück. Hm, ich könnte auch mehr Inventables, Inventables brauche ich eigentlich nicht, ich könnte auch sagen, ob wir besseren Waffen Upgrades, oder dass die Piste macht 150% Damage, uh, erhöht die Ausdauer, das ist alles so geile Sachen, oh, Reparatur 3, machen wir, wichtig, das ist wichtig. Nur was, was sich wirklich lohnen würde. Ausdauer, äh, äh, guck mal, die letzte, was es bringt. Die Dauer, Kampffokus, jede Sekunde verlängert sich, äh. Oh, Kampffokus, das ist geil. Das ist geil. Zeit für dich, warum verlangsamt dich, aber du bewegst dich normal, heißt die, dein Gehner wehnt sich langsamer, du bewegst dich immer normal und verbrauchst in deiner Aktion keine Ausdauer, das ist richtig geil, 50 Sekunden lang. Sprung ist komplett lautlos, das ist mir relativ egal. Füchst gehen an, wir schauen es dann, das ist nicht, der Zweck und das ist mir relativ egal. Aber das hier wäre ganz geil noch, das, 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 also eigentlich die alle hier noch, ja. Das ist geil, das ist geil, das ist geil, das ist geil, das ist halt. Ja, das ist auch nicht geil. Geil, die drei Sachen hier noch und das auf jeden Fall. Ja, ne, ja, ne, ja, doch, 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 doch. Maximal ist Pio auf 150, hm. Freut es mal nicht, wenn ich die Psychikern noch nicht so gescaled habe. Lager für exotisches Material. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Der Test ist mir dabei geladen, bitte warten. Das sieht man auch, aber wirklich. Ah, Y war das, achso. Auch nicht schlecht. Irgendwo, wie ich noch nicht rein konnte, hier war ich ja auch drin, der war ja tot. Ich glaube, es war alles. Meine Güte. Da liegt noch Lot, das sehe ich doch. Aus die Franziskawe. Ich glaube, ich bin jetzt eigentlich wieder. Oh, okay, ist okay, ist okay. Oh, scheiße, eine Menge Typhon-Material, ne? Oder Typhon-Plasma. Äh, Typhon-Plasma, antetexotisches Modell, kannst du herstellen von Neuromot-Sandard werden. Sehr schön. Dieses Behälter, biologische Abfälle. Äh, Typhon-3, wow, Alter. Das ist natürlich nicht schlecht. Es bringt 0,91 davon. Leute, das ist richtig geil. Ich will, wie gesagt, erstmal nicht in unser Büro mehr reingehen, weil wir halt dann dort noch die ganzen Typen haben, die auf uns warten. Sicherheitsterminal, okay. Nimm den Quartierschlüssel von, was auch immer. Ich gehe zur Flow, bis gleich. Und, bis gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, aber das ist klassisch gefallen. Auch nicht schlecht. Nur die Wartabteilung ist nämlich hier hinten. Kein... Achso. Ah, hier Bekraft 3 bräuchte, um durchzukommen. Sehr gut. Wie war denn das? Warte mal. Warte mal. Wie kann ich das jetzt werfen? Maus hast du eins. Hä? Geht nicht. Es geht nicht. Wie werfe ich denn das immer? Jetzt noch mal. Magnetlauf. Jetzt geht es. Müsste hier irgendwas? Nö. Irgendwo ein Typhon. Also Mimik ärgert hat. Das ist ein Mimik. Krass, dass ich die durch die Wand ausgescannt habe. Oh, hier sind ein bisschen Getränke. Medi-Kit. Oh, was? Hässlicher Mimik hier wirklich. Recht. Läufe, Loot ist hier drin. Oha. Hebekraft Assistent. Chips hat Upgrade, okay. Guck ich gleich mal an. Verringert die mögliche Zeit, um schwere Objekte aufzuheben. Aber rein. Wenn ich an einem Platz frei, kann ich das reinmachen. So einen Bolzen mitnehmen. Wir können alle recyceln wieder. Ich brauche nicht so viel. Ich werde es da irgendwas lesen. Lese einfach. Nur 50% mehr Damage. Okay. Ach, die wäre nach Rot markiert. Ist nicht schlecht. Hier ist die Neuro-Mod-Abteilung. Hier war ich da auch schon mal hier oben. Da wollte ich mich noch nicht ändern, glaube ich. Neuro-Mod-Division. Aha. Jetzt können wir endlich dahin, wo wir hinwollen. Dass wir uns unbegrenzt Neuro-Mods machen können, ja. Hoffentlich. Bin mal gespannt. Aber weil ich sag mal so, ne. Das wird garantiert nicht einfach. Ach, ja. Tja. Was machst du noch, Steven? Ich bin immer noch am Farmen. Dieses eine Teil von 3. Das ist immer das erste. Kannst du es kaufen? Ich könnte mir das komplette Set kaufen, aber das ist teuer. Ja, weil es schwer zu bekommen ist. Ungefähr 7 Euro oder so. Oh, das geht aber meist. 7 Euro? Bringt das denn 4 oder? Ne, das ist einfach nur ein neuer Warframe. Das ist einer der neuen. Ja. Hm. Ach, da unten ist December. Ah, das ist die Neuro-Abteilung. Stimmt. Eine Mimik. Ist da eine Pisser da hinten. Da bin ich eigentlich auch hergekommen. Stimmt, da war ja was. Oben ist irgendwo so ein Vieh. Hm. Skill-Econigung. Schade, das ist halt verschlossen. Oh, ich kann die Tumore rauslooten. Uh. Ja. December zerstört. What? Man kann den... Der ist zerstört? Und Notiz. Äh. Geheime Nachricht. Du brauchst das vielleicht. 2, 8, 2, 4. M. Alex. Büro-Tresor. Uh. Das ist also Dezember gewesen. Du meinst, der ist jetzt fliegt. Ludi haben wir jetzt weg. So. Wenn die komplett vergelutzt ist, macht man auch ein Damage. Okay. Hacken 2. Ha, okay. Das ist jetzt so. Nee, jetzt ja. Jetzt war einfach so, oh. Üh. Hacken 3. Hebelkraft 3. Meine Güte. Das ist alles komplexe. Ja. Jetzt sag ich so, ah. Hacken 3. Hacken 2. Puff. Hebelkraft 3. Ja. Easy. Mach ja hier. So. Auch gehackt. Das Hacken klappt nicht richtig gut, muss ich sagen. Preis kann das mal unterladen. Fähigkeiten auf Zeichner. Was ist das? Fähigkeiten auf Zeichner-Einträge. Passiert gar nichts, okay. Besatzung. Mal durchklicken, eh kurz mal. So. Hier muss erst mal das Clue bekommen. Ach, Reparatur. Schön, der Luft geht auf wieder. Ich bin schon drinnen gewesen, letztes Mal. Äh, wo ist denn ein Phantom? Da ist ein Phantom. Okay, ich verstehe. Okay, okay. Ja, ja, ja. Er hat sich versteckt, er hat sich versteckt, er hat sich versteckt. Was ist denn der, der ist ja? Oh, oh, oh. Mein Freund. Mein Freund! Oh, der ist er! Oh Gott. 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 Der hat mich gedamidiert, ich muss nicht mehr glühen, ich war zu faul dazu. Es kann nicht wahr sein. Schnell spreche ich in Aspergoats, wir fangen jetzt nochmal an Sterbier. Noch ein Neuromod. 12%! Irgendwann noch nicht willkommen. Nein! Auch Steven. Arme Tuff Tuff. Was soll ich dazu sagen? Was hier jetzt? Wo komme ich eigentlich jetzt hier hin? Ach jetzt bei Etage einfach ne? Volontärbereich. 2%! Okay. Waste. Not. It is your duty to recycle. Mach ich doch alles. Ach komm hier mal die Strophen, dann mach ich 1-Hit. 2-Hit-Air. 3-Hit-Air. Wo ich auch immer dafür 3 Schüsse gebraucht habe. aber ich kann immer so ein typhanköder einsetzen hier die tune alle wegklappen hallo das ist noch ein typhanköder ja daran und dann will ich dann auf Cyclinghalle rauf und dann ist alles schick ich hab mir grad einen Aufwand hier, ich weiß auch nicht bloß ein hässiges Blitz für Anthem Schwäche EMP ok also EMP wir den beim besten sogar eine Nullwelle rauf und dann schoffen wir wie immer halt ne gleiche Taktik wie immer halt Nullwelle wir sollten vielleicht auch erstmal uns heilen ich hab gut das ist eine gute Idee sein das mal zu heilen dann können die voll klar wenn man die mit Nullwelle macht sind sicherlich gar kein Problem mehr muss mal alles abgucken alles mimikfrei sehr schön das ist der Phantom den wir gekillt haben oh Papier oh was zu essen Veggie Mix hier haben sie ihre perversen Experimente mit den Neuromods gemacht oder was ok irgendwie hat er stark abgebaut anscheinend wird er aufgebaut ok neutral scan aha aha äh 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 mach einfach ein Patient ok er ist doof chirurgischer Eingriff äh dieser Vorgang extrahiert bestimmte Neuromods aus dem Subjekt und setzt die Erinnerung dass der jetzt auf den Zeitraumfahrt oder WhatsApp operationsgut anlegen schade Nachversprechung Testperson äh kann beim Erwachen äh nach der äh naja verwirrt sein äh und es ist unberechenbares Verhalten vor einer Autorin helft Patienten dabei zu verstehen was geschehen ist ok abspielen Hallo Volontär ich bin Bianca Goodwin Beauftragte für Volontäre und Gäste an Bord der Talos 1 ok ich wollte die Erste sein die Ihnen beim Aufwachen gratuliert im Namen von Transtar danke ich Ihnen für Ihre gute Arbeit was Sie sind sicher desorientiert Grund ist der medizinische Eingriff namens abtorregressive Neurotomie den Sie hinter sich haben ja ganz mhm in den nächsten Stunden könnten Sie Gedächtnislücken und Probleme mit Ihrer Feinmotorik haben wichtiger noch Sie haben keinerlei Erinnerungen an die Tests ich kann Ihnen aber versichern dass Ihre freiwillige Teilnahme ein großer Erfolg ist jaja natürlich Sie liefert bereits wertvolle Informationen für unsere Forscher und Techniker also ruhen Sie sich bitte aus wenn es Ihnen besser geht komme ich für Ihr Entlassungsgespräch vorbei bis später ich bin Bianca Goodwin natürlich Bianca Goodwin da ist es äh da ist es sehr beruhigend ja natürlich kommt sie auch persönlich vorbei und macht ein Gespräch mit uns natürlich Bianca warum ist sie so eine scary Musik auf einmal da haben sie die frei weg verarscht haben sie die verdient 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 ich war zu erwarten dass wir in der Neuromotabteilung eine Menge Neuromots finden was aber nicht schlimm ist Anti-Rate Fabrikatorplan ja ok beantrage neuen Operator der Material ist da drin oder 499 Medizino Operator bereit zum Einsatz wait kriech kriechen das Teil hier raus hmm ach da liegt ein Medipack noch ups Volontärbereich ja gut wieder was rausgekriegt gut dass sie halt irgendwelche Manage-Experimente machen sehr auf jeden Fall sehr ähm stärkbar vertrauen in diese Firma auf jeden Fall Autorized Personal Owny äh clear required bla bla ok jetzt gibt's hier oben noch irgendwas was ich in die Richtung erkunden kann wahrscheinlich nicht ne ne das war dieser Bereiche was sagt bei Inventory eigentlich Inventory sagt es gut gefüllt Willkommen Volunteers ok die Quartiere von denen nein Mimik hier irgendwo ok ich staune oh da ist es noch zwei ok weg mit dem ersten weg mit dem zweiten schon gewundert warum keiner ist aber dann waren sie ja da ich bin voll shit schön dass man OBS rumgeklickt geil mit der Maus war hier irgendwo ein Recycler unten glaube ich oder da möchte ich aber nicht hin wo war denn ein Recycler war da hier irgendwo war ich doch ein Recycler oder nicht hatte ich irgendwo ein Recycler gesehen ne war doch keiner ne war keiner auf die Karte gucken auf die Karte gucken da ist es einfach hier durch rennen muss hier jetzt sein ne muss hier jetzt sein ne ich hab mich schon direkt vor der Tür ja hacken 4 hacken 4 und es gibt und du kannst hier kein Coach für finden du musst es also hacken 5 Neuromods haben wir wir brauchen 8 wir brauchen noch 7 Neuromods wir können nicht recyceln so lange weil der Recycler da steht wirklich jetzt und da ist erzogen zu Ebene 4 und da können wir den oh nein oder und da gibt es auch kann man den Fabrikatappeln auch erst zurücksetzen da hinten den wir brauchen um Neuromods zu entsperren ja wirklich ich brauche einen Hacken 4 dafür auf alter ich hab durch mal Hacken 3 noch nie gemacht und jetzt sollen wir einen Hacken 4 brauchen wir mal sind wir jetzt die Ebene höher kommen einfach da durch jetzt oh oh schnell wieder raus hier ich wollte gar nicht rein ich hatte keinen Lootplatz mehr ich will versuchen ob ich jetzt da irgendwie reinkomme in den Bereich schon dass ich den Recycler nutzen kann weil das ist das wichtigste gerade dass ich den Recycler nutzen kann irgendwie Luke ein Glas an der Decke okay ne mehr ist ja auch nicht schade eigentlich da gibt es ja auch irgendwo noch ein Loch an der Decke ne ne n 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 da nicht nehmen. Shit. Die können wir nehmen. Shit. Shit. Kein Strom. Okay. Das ist ein guter Taser-Fabrikator-Plan. Cycling-Ladung. Allertsteile. Sehr schön. Okay. Was hier drin ist. So, bis die Taschenhäuser aufgeladen ist. Ich lege relativ schnell auf. Das geht eigentlich. Ach, haben wir keinen Platz mehr. Stimmt. Ja, da war ja was. Schrotparton. Aha. So. Das ist er weg. Hier machen. Und dem hier liegt der Gloob auch noch voll. Gerät ist ein Operator. Und wo wird hier da? Ja, ja. Tester ist auch wieder doof, ne? Ach, da hinten. Oh, ein Piste. Mal weg den. Ach, shit. Was ist denn gekriegt haben? Warte, aber Ehrungswiderstand? Ehrungswiderstand, Chipsets. Verleihresistenz gegen Elektrizitätsschäden. Ich weiß nicht. Ne. Ich bin so ziemlich piste, die Tweaker hier. Oh, wir haben auch nichts mitnehmen hier. jetzt tun wir die mal weg hier die etlen teile ist das schön laut hier die anderen auch noch schnell gut ok war vor offline ja ja oder oh gott da kommt ja 0 werde rauf da und dann geht's los und dann einfach mit der schrumpf darauf drücken wieder treffen ich empfehle sie zu treffen da oben wo ist der recycler hier ist er doch das ist ein fabrikator oder recycler haben spiel das ist der recycler ok reparieren wir das mal schnell so eine ganze lücke hier reinschmeißen ist das schön sortieren hier die bolzeln von 5 schuss der kann weg der misst er ist aber da nichts wegschmeißen hier ja das brauchen wir leider 13 teifenmaterial da liegt eine ganze material die tür aktoren zicken kommen sie zu mir wenn sie rein wollen aufbrechen fähigkeiten die wir haben glaube ich 1 2 3 8 exotisches material weiter richtig geil erst weil sie stück für stück erkunden erstmal kurz hier alles abbluten und so was ja das steht effekt der lüfter vielleicht noch mal ein paar geschütze reparierende bisher nicht schlecht hacken wir die am bestellen auch das wird sich attacken so x untenrum mal wird schnappt jetzt obwohl es aber noch geschafft alle schick da wird es mir echt kalt über die man da das war super das ist ein zeichen das funktioniert ja ja das verstärkt man weiß viel zu sparen schnell speichern verstärkt was bringt es jetzt wirklich ok jetzt muss man erleben ich verstehe das verstärken bedeutet dass es einfach mehr leben kriegt das geschützt und wahrscheinlich dass man der mensch macht oder so das ist ein richtig fettes mg oder so da richtig durchzieht da und ich der mit raus zu klassen waren okay eine schlüsselkarte für irgendein büro jetzt irgendwo noch runter aber erstmal hier schön den fabrikator nutzen für was brauchen denn kohlstreiziger machen teifenköder waffen abgehend auf 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 geht es wirklich teuer dann müssen wir snacken schon relativ ledig leben schon wieder die pick und nutzt haben jetzt wollte ich nicht nehmen sie einfach nicht ein für so ein mister medipack zu nutzen stiffer ohne hacken viel sind wir reingekommen das freut mich doch die tür jetzt auf jetzt geht sie auf ok sind wir komplett durchgerannt ihre sicherheitsschleuse ist ein bisschen useless würde ich sagen der zieht ihre luft einfach komplett durch was ist das für eine sicherheitsschleuse wo beide türen gleichzeitig aufgehen das macht keinen sinn eine sehr gute sicherheitsschleuse ja ein bisschen verbuggt würde ich sagen ich recycle gleich noch mehr aber erstmal kurz operator des bänden 2 du shit oh gott das hat noch das ist jetzt das ist jetzt auf gott ja fünf paket taser vorbei checken wir das noch mal und das gleiche misst du schon wieder die verlassen aber nicht auf tasern c da ist wieder vorbei ja mann alle wirklich andere sehr schön dass wir irgendwie da war das gerade der cancer so runter auch komplett runter und daraus f einfach beantragt nein aber weiter gibt normaler wissenschaftsoperator zeichen damit also gucken was hier unten im loch drin ist neuro mod jetzt liegt er richtig ja haha der will irgendwie mal halb hier durch aber passt nicht durch da war es jetzt ja 2 2 nach oben warte ich ja abgeholt sich noch nicht zugangskarte haben wir dafür auch schon sehr gut da braucht sich gerade gar nicht wieder doch klar da ist eine jalousie vor die panzerbrechner panzer panzer fester großer mimik oh oh war schön ein loonien freund hier du schwein du an der mimik zeigt mir das papier oh mein größter loot sov okay ne bsi das bsi das irgendwie neuro mod fabrikata plan sehr gut und transcribe von ihm dann holen wir uns das mal an ich versuche die brücke zu erreichen keine antwort bitte bestätigen no turner ich habe einige systemfehler ist flächendeckend ergibt irgendwie keinen sinn ich muss sofort landen hm ein sicherheitsteam wäre gut wenn ich reinkomme ich höre geräusche in der kabine was ist da los ja gut ne überprüfung läuft simlab ist sicher abgesehen von igwe wer bleibt die ganze nacht auf haben sie die fotos seiner tochter maya gesehen das ist nicht seine tochter das ist seine frau soll das ein witz sein was nein sie ist gestorben nun als igwe noch jünger war steht in seinen unterlagen ok großer gott sie haben seine unterlagen gesehen ja bei den sicherheitschecks als wir ihn auf die psychischen eigenschaften untersucht haben die die hohen tiere nicht wollen er ist wohl nach hause gekommen und hat sie tot auf dem boden gefunden aneurysma da verbringt man sein ganzes leben damit das hirn zu erforschen und dann das und das zu einem zeitpunkt als er für seine theorien von allen seiten verhöhnt wurde großer gott das haben sie schon mal gesagt aber er hat sie wohl nicht gehört diese station steht sicher nicht unter seinem schutz so viel ist klar das ist wahrscheinlich ja nächste transcribe ok wir haben es uns in die köpfe geschaufelt das kommt alles von ihnen aber sie sie haben nicht ich schicke ihnen hilfe das muss sofort raus oh großer gott die neuromods sie können immer noch hergestellt werden graves finger weg von den neuromod Lizenzen haben sie gehört oha so schmiemels nichts Programme so türe zum fabrikator was die fabrikatorabteilung ist ein reihenraum der klasse 1000 türen vorsichtig öffnen und schließen gemäß transferstandard darf die konstruktion ok türe und regeln die tür ok neuromod Lizenz der wichtige punkt die für jeden neuromodbestand ist eine neue Lizenz erforderlich über die herstellung herstellungsnetzwerkserver bekannt gegeben werden muss ohne autorisierung das direktes darf keine Lizenz ausgegeben werden ja mach erneuert ich will unendlich neue mod zerstellen der mod ist dann zurückgesetzt sehr schön ein albtraum hier drinnen da draußen in der halle als ob der jetzt hier reinkommt der albtraum das kann ich nicht glauben dass er hier reinkommt hier wir machen auch neue mods schlub schlubti du du duu duu ganz viele neuromods für mich wahll ich lieb war auch ist das schön du wirst sächer was was du lieb warst Ja, ziemlich. Mods ich von Neuromods, bis ich die nicht keiner machen kann. Alle Materialien einfach in Neuromods reinstecken, ja? Richtig schick. Da habe ich Materialien gesammelt. Ach ja. Wir machen jetzt non-stop Neuromods, ja? Der Drucker läuft richtig heiß, ja? Wir werden gleich mal abkühlen gelassen, ja? Nachher. Wie viel kostet das jetzt genau nochmal? 3, 2, 2. Ja, okay, das klappt eigentlich voll. Das geht von Neuromods, die Preise. Von jedem etwas. Man kann es nur noch Neuromods, bis der Albtraum weg ist, ja? Jetzt kann ich den mehr herstellen. Uh. Oh. Oh, hier liegt ein Teller auf dem Neuromods. Elf Stück. Easy. Ach ja. Ja, aber wie viel Ressourc ist, aber ich kann über 20 Neuromods herstellen jetzt mittlerweile. Jetzt kann man auch immer endlich die ganze Upgrade kaufen, was wir hacken, wie viel Vieh und so was. Und ich überall reinkomme. Und man nicht so aussperren kann, weil ich so, oh ne, da muss ich jetzt erst mal das und das machen. Oder dies und das und drei, das ist alles so, ne, ne, das gibt's jetzt nicht mehr. Und so die ganzen Sachen, die Psy-Fähigkeit kann ich ein bisschen besser erkunden jetzt und so was, ja? Darauf habe ich gespart, auf Neuromods, ja? Da habe ich exklusisches Material so viel, ey, wirklich. Hat sich gelohnt. Hab richtig Bock. Das hätte ich eigentlich abgehört setzen, ne, Menge, ja? Das Punkt ist wahrscheinlich, wenn du so viel abgehört machen kannst, hast du wahrscheinlich auch einfach, oh, wieder elf Stück, oder? Zehner. Dann hast du auch einfach die, äh, glaube ich, findest du dich bei den Punkten, die wirklich, also absolut sinnvoll sind, sondern abgehört ist einfach alles Mögliche, was wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt sinnvoll ist, ja? Vor allem, wenn du jetzt so viele Neuromods hast. Ich habe ein Satellitenprojekt für die Kattronik-Signalübertragung gefunden. Okay. RPSS-X5. Ich glaube, damit könnte eine Neuralsignatur, die ihrer entspricht, gefälscht werden. Auf gut Deutsch, damit schaffen sie sich den neuen Typhon vom Hals. Den neuen? Typhon? Ah, ah. Oh, Geheimnis-Signal, neues Ziel, okay. Lass mich erstmal kurz... Neuromods, die haben wir jetzt bestimmt 15. 29 Neuromods, was? Erstmal hacken, viel für 8 Neuromods kaufen, ja? Dann, sie erhöhen. Dann, 200 Chipsatzplätze. Dann geht es erstmal hier rein und werden in die Brille reingemacht, Picoskopschipsätze, genau. Verstärkt den Schaden durch Thermalbomben. Verleiht Resistenzen gegen Psychoschock. Nö, 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 nö. Ich will so Sachen haben wie... Verrängert... Also, ich glaube, Zügekosten von Energiekräften, rein damit. Gut. Mögliche Entdeckung, verborgener Mimix. Nö, haben wir schon. Schleichergriffe, generell nein. Scho sagt Schaden von elektrischen. Mimix. Typen keine größere Entfernung. Ja, komm, Typen ist größere Entfernung, war auch nicht schlecht. Was bräuchte ich noch? Waffen-Upgrades. Oh ja, und Inventarplatz. Inventarplatz, mache ich, gönne ich mir. Waffen? Ja. Okay, da haben wir uns alle. Brauche noch zwei Stück erstmal. So. Kann ich die Waffen auch upgraden hier. Technik, Waffen. Ja. Jetzt kann ich auch die Waffen komplett hoch upgraden, ja. Das ist schon ganz geil. Jetzt kann ich nämlich sagen, ich mache mir Waffen-Upgrade, was ich auch mittlerweile habe. Waffen-Upgrade. Oh, das ist teuer. Auch mal zwei Stück oder so. Ja, zwei Stück wäre schon ganz geil. Wie groß ist bitte dieses Druckteil? Jo, Alter, wie groß. Jetzt kann ich nämlich sagen, ich ziehe die auf die Schrift und darauf und gehe erstmal, mache ich nochmal Damage. 71 macht die jetzt. Ich mache die auf voll. 79 Damage. Jo, geil, Alter. Rückstoß 10% macht die nur noch deinen Rückstoß. Alter, das ist auch richtig geil. Gar keinen Rückstoß mehr. Die Schrift in der Zeit richtig OP jetzt einfach, ja. Die macht 80 Damage macht die pro Schuss, ja. Was soll ich noch reduzieren? Magazinkapazität und Nachhaltig-Schwinkel wäre noch ganz geil, denke ich mal. Ach, wir machen nochmal Magazinkapazität. Mach mal einen. Die sind ganz schön teuer. Ich will lieber Neuromods verstellen, weil die findet man auch, die Waffen-Upgrade findet man auch im Nachhinein immer noch. Magazinkapazität, Magazinkapazität auf jeden Fall. Jo, 10 Stück, die ist ja richtig geil jetzt schon mal. Ich brauche nur Neuromods. Da. Mindestens nochmal 10 oder so. Mal von diesem Moran gesorgt, glaube ich, am wenigsten von. Ach ja. Wie schnell noch 30 Neuromods aller gehen, wenn man möchte, ja. Schon krass. Boah. Wir müssen gucken, was in einer guten Psyfik hätten man machen könnte. Ich werde arm. Neuromods. Neuromods zieht mir das ganze in der Tasche her. Ich möchte mehr Ertrag bei Rosseilken oder sowas. 10 Stück, kommen wir jetzt so. Neuromods. Ressourcen sind wirklich knapp mittlerweile, alter. Alter. So, also Technik, das brauchen wir nicht unten. Die Piste mehr Damage. Erstmal nicht. Das ist ganz geil. Aber ich möchte irgendwelche Psyfikkeiten jetzt da machen. Was gibt es hier erzeugt? Physikalische Explosionen, die bis zu 100 Schaden verursacht. Franz Kohl, äh, meine politische Schwerkraft. Leuchtkangina mit Gefangenheiten, what the heck, alter. Ich verwandle elektrische Schaden im Psyum. Das ist auch geil. Du erzeugst elektromagnetische Impulse, die innerhalb von 5 Meter Entfernung. Feuerschein wird auch im Psyum. Das sind die beiden wichtigen Sachen, glaube ich, um Psy zu bekommen oder auch generell einfach, um weniger Damage zu bekommen. Weil du wandertest zwar auch im Psyum, aber du kriegst auch dem Beispiel auch weniger Damage. Telepathie. So, verkürzt die Dauer von Fluche, Furchteffekten. Swings. Gegenüber dazu nicht mehr feindlich, zu 30 Sekunden lang für dich zu kämpfen. Ganz cool. Führst direkte physikalische Angriffe gegen biologische Ziele aus. Verurteilt die Schaden. Neutralisiert die Tieflichkeiten für 10 Sekunden. Das machen wir mal. Manche haben auch Schwachstelle Psy, manche Viecher. So, du zwingst biologische Gegner dazu, nicht mehr feindlich, seine 60 Sekunden lang für dich zu kämpfen. Uh. Du regenerierst sofort bis zu 25 Sekunden, 25 Gesundheit, wenn du Schaden erleidest. Okay. Du wandelst 50% der Edas Schaden in Psy um. Hm, das ist nicht schlecht. Du erzeugst eine menschliche Leiche, die... Menschliche Leiche, ein stärkerer Phantom, um für dich zu kämpfen. Eine Art Phantom wird zufällig. Die Art, das Feinde wird zufällig festgelegt, lol. Ist ganz geil, dann. Du weckst die Blitzschnecke, bist du 12 Meter. Okay, wir müssen das erstmal skillen hier. Ich will das mit dem Dings haben. Aber bräuchte noch vier Stück. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Hat du alleine das 50% der Schaden durch Aether-Angriffe in Gefahr? Hm, ob das jetzt sinnvoll ist? Aber kostet bloß ein Euro Mod. Machen wir. Die ganzen, du hältst du in der Damage-Sachen, kosten nicht so viel. Da, aber zwei und vier. Jetzt kann ich nämlich... Alter, wie groß ist das Rad jetzt hier geworden? Lol, alter, alter, al... Lol. Können wir endlich drehen. Das hat richtig geil gemacht. Je, alter, alter, alter. Alter, das ist so... So, äh... Teenspeak-Avatar, wie sie kann das jetzt aufziehen hier, ja? Jetzt auf. Guck dir einfach an im Stream, ja? Lol. Das ist aber das Inventar, das kannst du endlich scrollen in beide Richtungen, ja? Das ist halt... Das ist halt cool gemacht, ja? So, wix, ich blitzte bis zu sechs Meter und dann lässt ein Doppelgänger, der vier Sekunden lang gegenertäuscht. Ja, ganz nett, aber nö. Du erzeugst eine menschliche Leiche... Äh, Phantom, wir das für dich haben. Füchs direkte... Ey, ich will das machen. So, wir mal, zu viel jetzt übergucken. Ach, kein Ziel. Ach, ich kann direkt auf Ziel richten, okay, ich verstehe. Loot, alles reindrücken da, an Loot, was ich habe, so. Mal recyceln. Ich brauche mehr synthetisches Material, glaube ich. Ja, ich brauche unbedingt synthetisches Material hier. Kann ich eigentlich neutral, äh, nein, die komische... Neural, neutral, weil die heißt, die Granate? Nullwellen-Transmitter. Kann ich die eigentlich schon wiederherstellen oder nicht? GMP-Ladungen... E- und Bolzner-Verrotzinger... Ist das, ach, bitte schottiert? Ne, ist nicht so, bitte schottiert. Ach, einfach, was am meisten machst. Einfach, glaube ich, auch die letzten, die letzten sind da. Lücken oder Schropp-Patronen... Ne, ich kann die noch nicht machen, ich schade. Zeig den Ladungen... ... und Schropp-Patronen. Ich bin jetzt... Acht Platz hat jetzt die Schropp-Patronen. Na, komm, ich mache noch einmal. Oh, das ist richtig, richtig, wenn ich Ressourcen... ... und auch... ... und Schropp-Patronen. Operate the Dispenser. Ah, gut, ein kleines Gitter hinterherunter. Gab's irgendwo ne... ... Siffigkeiten, die ich irgendwie jetzt da runter konnte? Mit dem Mimik-Krit oder sowas? Ne. Fahnt sie, was uns erweckt? So... Hier war der Albtraum hier unterwegs, aber der übte mich ja nicht mal, der Albtraum. Jetzt habe ich diese neue Monster nicht umgegangen, aber das ist so geil. Jetzt kann ich endlich die ganze Shitty-Craften, so. Jetzt kann ich die Müsse hier unten aufmachen. Hä? Warum soll ich denn das Teil reparieren? What the heck, Alter? Okay, der Bildschirm ist ungeblich kaputt. Fehler, gesperrt. Ne, dann machen wir mal kurz mal hacken, weil das mal auf. Wer ich denn jetzt da sind, hacken 1, easy. Ich bin gespannt, wie Hacken 4 aussieht. Ob ich jetzt wirklich da vier Punkte machen soll, oder das wird richtig anstrengend, denn... Wird dann schon knifflig, würde ich sagen. Ja. Ach, hier haben wir einfach... Oh, ich habe jetzt schon. Es ist ein Mimik. Die Luft jetzt hier, muss ich mir nochmal hochdrücken, ein bisschen, glaube ich. Wie können wir in so einen alten Bereich reingehen? Da, wo wir herkommen sind. Back to the roots, Steven. Und lol. Hier sind Fanta? Und hier haben wir wirklich überall Fertil jetzt hergestellt. Oh. War der Schruckpatrone? Schrot. Schroffel, du musst jetzt wanted machen. Immer noch nicht. Naja, aber tu it. Tu it für den Phantom ist eigentlich schon ganz geil. Da kann man sich eigentlich schon nicht beschweren. Mimik. Ach, da hinten. Den glue er mal ein, den Sack. Den pisst du mal weg, schnell. Wird auch weggepistet. Ach, ja. Es waren noch Zeiten hier hinten. Hm. Ach, hier hat alles angefangen. Ein ähser Teufel. Oh, what's up. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Warte mal. Der äter Teufel, den man sich hat, mit dem anderen Teufel von mir, aber den Operator muss ich mal kurz so weg. Ich glaube mal, mit dem, mit dem, oh Gott, das ist richtig komisch, wenn man so scrollen kann. Ich habe einfach keinen Krach gemacht, auch nicht schlecht. wir glauben mal so dass wir nicht nur meine hand das ist ein operator kommentiert er ist verwirrend kein ziel wie diese kann man diese kann man den jetzt nicht so hallo warum konnte ich dir jetzt sich damit attacken für los ist er muss menschen aber es wird ein teil findet doch kein sinn hat kein sinn wo kämpfe ich die biologische ziele die halt absolut nicht durch jetzt noch mal menschliche leichen menschliche leiche was erzeuge ach so ach so erzeuge aus menschlichen leichen ein phantom was für dich kämpft ich verstehe jetzt ich verstanden wie sie es meinen selber gemächt genial von mir das zeichen bringt gar nichts da gibt es hier am holzenwerfer was wir nicht benötigen also hier aus dem sagen ich mache aus dem jetzt hier in teifen wenn man kommt die kapitel eingeloteten barriere darum ist bisschen nervig ist hin wo phantom wo bist du hin das ist absolut heiße jetzt wenn du jetzt so ist es wirklich da hinten ist wirklich da hinten was ich hätte versteckt weil ich habe überhaupt nicht gesehen die kunst erstmal gleiche zu finden weil ich glaube also die da oben die vor der schlöse liegt die wird nicht der wird der fans mit durch die schlöse durchkommen lag dann hier oben noch gleich ich glaube auch nicht mehr ich glaube auch keiner unten gerne das vier wird er weiß noch ein leiche liegt hier drinnen nämlich nämlich kämpft es lebt leute zu teifen der für mich kämpft wirklich richtig geil ja da schießt er wirklich drauf er kämpft für den Mimics richtig geil der fallte die ganzen Mimics weg ist der Mimics hingeflogen aber raus hier komm mit Phantom komm lauf her oh das ist er die Feinten die Feinten die Feinten die macht die halt wirklich down hast du gekillt? du Schwein er hat einen Freund getötet nein er hat einen Freund gekillt er ist weg aber dieses Feature ist halt schon ganz geil wenn du einfach so ein Like machst einfach Leute die für dich fighten das ist ja übelst teuer das von Psy hier aber ich meine es sind halt fucking Fathoms die für dich kämpfen können wir jetzt den Safe aufmachen hier Hacken 3 oh Hacken 3 oh ich bin auf Hacken 3 wirklich drei Punkte hacken 20 Sekunden Zeit C da oben hin ok ist auch sehr großes Level hier Y auf ein zweiter schafft man das glaube ich ganz gut auf ein zweiter ist es ok ja X ach ja was ist hier drin Hacken 3 das muss ich gelohnt haben ich muss extra zurücklaufen hier Psy Fabrikatorplan 6 Exkosematerial oh und ein Psychoshockschild what the heck Alter äh Fightresistenz gegen Psychoshocks ok schon nicht schlecht mit dem Phantom das hat schon das ist halt schon das coolste finde ich an allem und hier gerade ist hier ein Looking Glass nicht doch nicht oder egal ist echt aber es ist in der Wand drin Hintergrund ist davon ein Looking Glass Gott nein war ich gerade ein Mimic gewesen oh ich will nicht so weit laufen haben keine Lust machen wir so hier ach man ich wollte gerade sagen easy aber ja nicht so easy ok so geht es natürlich auch warum nicht ja duscht mich hier weg ich habe noch einen neuen Freund so Phantom kommt mit der ist ganz schön langsam aber passt schon oh Gott ich glaube das älterfein einfach ein da kann er dagegen verhalten vielleicht schon flinster einfach weg ok 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 und so funktioniert ah es hat einen coolen richtig krassen vollständigerweise irgendwo auch auch noch mal was ok das ist natürlich auch ganz cool macht irgendwo auch Sinn so Anzugapparatur reindrücken wir können auch mal eine Psy reindrücken jetzt war wirklich mal die Psy-Effektivität mal abgegangen haben wir neu rüber zu machen wahrscheinlich nicht ne ne gar keine Ahnung was Fähigkeiten auf Zeichner ok ach von hier hast ich mir zugeguckt ich habe dem ein Dings gegeben das sind diese das ist ne das ist eine die haben den Musik haben die den Musik spielen lassen ok nicht schlecht Teifenköder hast du noch keins gefunden egal wir hacken das einfach ist das schon mal überall reinkommt c noch eine Dekontaminationsübung was haben sie wohl gefunden das war es da habe ich das ganze Termin jetzt gehackt ok 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 man kann zwei Töne auf den Klavier besser als nichts der Treppe ist aber bestimmt schade schade ich würde sagen die neuere Mod Zentrale hier ist auch durch durchgelootet obwohl oh Männerkloß auch noch Hebelkraft 1 habe ich das damals nicht gemacht weil unten hier Bekraft 2 war oh Typhon der hat mich für Damage gemacht der Freche der D&D auch mit zu einem Weiten wie die Pack lang gehen können naja egal nichts 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 kein Typhans mäßiges mehr ne sehr gut Midi Pack was zu essen na so viel ist auch nicht so näher aber gut so hier gab es den ersten Neuromod für uns ach ja ach ja man steckte sich ans Auge diese riesenlange Nadel mmmm ins Auge ist immer noch so kalt was macht die Klimaanlage hier das Geld kommt jetzt schon wieder oh ich hab fast das Glas umgekippt coolt überhaupt noch ach die kühlt noch es ist halt wirklich kalt hier drin äh warum soll ich denn frieren ich mein das ist ja unnötiger Sturm aber auch wenn ich jetzt hier friere es soll ja angenehm sein ich soll ja nicht frieren ja so besonders in die Spitze oh irgendwie hab ich jetzt alles was ich machen wollte hab ich durch ja also Neuromod zerstellen aber ich hab halt nicht genug Ressourcen das ist halt das allerschlimmste ich hab viel zu wenig exotische Material hab ich genug mehr als genug aber halt von diesen äh was war das andere synthetische und Metall Tafen glaube ich halt nicht genug ähm äh äh ritte vor Telepartheifen vielleicht haben wir nicht gefunden wer ist die Samba? suche äh lex büro tresor wir können ja genau wir können ja müssen es aber tor um es weiter zu machen okay wird die falsche koch eigentlich eine flur und her ich kann dann weg was ach so oder falsche koch ist eigentlich eine flore volontär ich kann seinen weg in der sicherheitsstation der volontärquartiere der neuromod abteilung kann auch verfolgen heißt sie muss eine neue abteilung wo ich gerade drin bin in der sicherheitsstation kann ich ihm verfolgen drüber besatzung eine abteilung y dann nach unten lebenserhaltung ne 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 ich bin volontärer am kraftwerk laboratorium lobby besatzen sportiere besatzt shuttle dogs rücke bei den volontären direkt ach so ich kann ja auch looten der wir ganz ganz vergessen zu looten ich konnte hier gar nicht looten ich bin einfach zuvor der jetzt hoch ich glaube ich einfach da jetzt hoch aber ich glaube ich da jetzt hoch schick und oben bin ich null problems gehe hier war ja nichts mehr und abteilung so was tut was ich nicht nehmen konnte letzt mal ja da jetzt nächst kann ich vor allem nehmen ich glaube ich auch keinen strom mehr reinkriegen in die bude hier oder hier gibt es eine menge snacks im papier papier oder um wo ich die wo ich die opfer der kilder da müsste auch noch eine menge loot legen möchte ich alles nicht aufnehmen konnte nichts oder da ist was sondern oh ja da ist noch mehr dran albtrum verfolgt auch nene schon wieder müsste dann aber auch sicher sein glaube ich und der heck ist das jahre ich so was bin ich gesehen dass irgendwas weitergeht licht ist gleich alle muss man ausmachen ecke stellen müssen auf lassen so ein bisschen doof jetzt dunkel und läuft ein albtraum und ich muss meine taschen aber aufladen ist ja ein bisschen ja aber was willst du machen da machst du nichts so wieder vorne nehmen wir mal das ganze happy mit hier alles so ja sehr schön auch nehmen wir mal das andere was was denn hier alles noch auch jetzt speichern ach das ist die gegenstelle dazu ok ich verstehe station pots einfach mal aufbrechen ach hier sind sie auf den halb und den ok so mimik erst weg mit die landen was klar ist ja komik steht ich meine das ist ein riesenraum wieder hier ohne dass ich irgendwas trollen möchte das ist wäre es wäre nicht das wäre nicht würde ich mein paper müssen ja wenn das hier nicht so wäre absolut nichts nichts na einschalte wenn er hoch springen ok das ist natürlich auch nicht schlecht zigarren ne 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 gut die hatten ja auch nichts ne die voluntäre die waren aber bloß da waren welche test objekte die sie einfach jetzt das braucht haben für ihre perversen experimente also ja was erwartet euch jetzt hier ne die werden jetzt kein neuromod hier liegen haben fühlt sich ein bisschen hell kann ich kurz warten und ich hätte gerne licht drin ich würde irgendwas hier machen um licht zu bekommen weil man kann ja nirgendwo was anschalten ja nirgendwo was denkt natürlich ist doch noch ein mimik oh das ist so jetzt zur dauern okay gut er ist gut luca ist kein schmuggler ich weiß nicht wieso er das zeug besitzt ich kann ihnen zeigen wo er aufbewahrt aber quid pro quo wenn sie die wahre wollen dann drücken sie bei mir ein auge zu okay was hat er verbrochen und was geschmuggelt ich meine schmuggler zeigt nämlich gerne mit zum sübbeln ach achte ist power control leichte probleme tauchen auf da ich das jetzt lichter gemacht habe ist die ganze dusch unter strom poltergeiste es gehen die rechner auch wieder okay verstehe jetzt kann ich auch die den volanteur auffindig machen ich muss mehr stehe kann der poltergeist wieder poltergeist na komm zeig dich ich habe schon gescannt okay da ist nichts mehr schade man poltergeist die man dir für nerven der hat nicht wenn er hat keine bock hat dann ist mir auch real gut besser retten so mit bisschen abstatt hier aufschießen müssen dort im vier abstatt drauf schießen am besten da der poltergeist mal richtig gut der match jetzt ist natürlich da wieder der poltergeist nervige fischer so also wäre ich der essige koch ja chef koche das wäre dran glauben erstmal jetzt hier ja hörte die entschlüsselte transkript nachricht an was wenn sie hängt die wirst finden finden sie vielleicht auch die beurteilung okay du wirst wissen welche nummer der typ hat der koch da ist er falsche koch äh dieses die 655 strich 37 655 37 warte mal y da ist er alle tot außer er ok auf der brücke versteckt sich der kleine scheiße was denn hier zutritt würde zwischen 32 und 8 uhr geschlossen halten alle ventüre auf der der liste müssen woher gezählt werden regeln oder den tierquartier zu kaut ok das ist trotzdem noch ziemlich dunkel hier drinnen ich darf jetzt mir die pack nutzen na ja es sind schon da kommen aber wir sind viel wahrscheinlich wieder ein bisschen wenig leben dafür gefehlt für mir die pack egal wenn auch mal wenn man hinten durchgehen dann gleich mal zum recycler werden durchgehen weiter ein bisschen ein bisschen glumachen nämlich und so und zeug von daher können wir auch noch ein bisschen rest gluten die man nicht mitnehmen konnten ja das nämlich alles hier das verbietet jetzt die ganze abgeht sich drin hat wahrscheinlich nur gleich mal sieht man wenn man über sich guckt und die preis der drinstehen ob das geschützt eine detekt oder nicht die prozent zum teifen modiert ist so das geschützt die ganze bedrohung ansehen ok wenn wir sie nutzen wollen schafft man auch easy schmied easy easy schmied easy lemon squeezy lemon squeezy ja genau saßet evil kraft 2 weg damit dem scheiß so gehen wir hier und recyceln wir es nicht braucht richtig viel loot aber ich finde ja leider nicht so richtig denn das ist gut aber so die kann ja wegschmeißen jäger und bolzern aber zu viele im piranat nachgelassen mal teifen köder teifen köder und ist das bringt schon das bringt schon was er kann man zehn stück wegschmeiß kann ich entberen das bringt mich gut exotisch was ist das synthetisches material auch gut synthetisches und ich bin auch richtig gut synthetisches material ich könnte fast 50 exotisches material bekommen wenn ich alle meine spritzen recycler das macht keinen sinn das möchte ich nicht was ich bei den größten inventarplatz jetzt gekauft sehr geil sehr sehr geil natürlich die ganzen misten natürlich platz ach hier was zu saufen kann da rein das zu saufen kann da rein das brauche ich nicht das zu saufen kann auch rein das braucht alles was platz das brauche ich nicht das sagt er nicht weg drunk bier weg damit 21 also ist er steht zehn gesundheit und vier psy wieder her okay schlecht das sage ich nochmal oh ja sehr schön seitdem wir ein bisschen glue herstellen habe ich auch glue glue kann ist ja wir haben ein bisschen am märz von luke war nicht herstellen metall ist wieder wenige ich kann auch noch machen so wird schon besser aus der speichern damit wird der chef kaum noch mal das war ein ziel für uns heute hier sind die quartiere wurde genau und machen und warum ist dieses teil und die klos er müsste es abgelut haben dass man für karte gucken okay dann nicht ach ja hier sind diese testräume da haben wir auch alles ja dann ist das ganglose gangsystem ach stimmt na klar das habe ich gerade auch gesehen was hier noch ist krankenschutz ach klar der testraum damit die ansage genau genau ja genau haben wir alles zurück in die lobby ich würde sagen wir gehen mal denn da in unser büro denn da hat doch ein paar rein auf uns und january und so die alle hier sehen und dann versuchen wir an der brücke wo es überhaupt die brücke ist keine ahnung den chef koch mal zu kippen weil der hat überall der erste recycle angebaut überall alter richtig nervig da rechnet man gar nicht mit wer jetzt so viel aus ist heute 1000 teifen ach ich gehe runter lang das schützt erkennt mich als bedrohung schnell hacken ne 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 durch die ganzen motz sich drin ab das war richtig viel damage ist geschützt wobei das muss ich am besten erstmal durch hacken schaffen nein aber das habe ich nicht mehr da oder gott konzentration jetzt bitte so knapp das macht richtig krass für der matches geschützt richtig extrem ich muss einfach hinter das geschützt stellen er macht das schon nichts recht los aber ich würde es nicht kaputt machen mit einem emp mal ist ein kaputt ich glaube nicht oder wenn der stellende passt schon heißt um ganz hacken jetzt geht es los wenn es wichtig ist einfach kann ich das hacken wieder ja irgendwas terminal ist oder so was gut ist dass diese aktions hast nicht auf er ist die gelegt haben was nicht geteilt das ist gut der inter no oxygen detected shuttle lock general schlüssel würde ich aber nicht rein das ist gar nicht mein büro da war ja was ich habe ich auch nicht gekämpft bis zum ganzen schütze ich damals nicht gekämpft in rücken aber es sind wirklich so viele weil ich alle vorbildmäßig gehackt habe ich dachte okay da wird später muss erkannt dann machst du es lieber jetzt schon waren jetzt macht doch da ja weil er wie herum gebaut zu sein wirklich fast die falsche tasse gerückt er wirklich glück gehabt jetzt ist hacken wieder absolut schlimmer die tür hinten auf ok hallöchen wie kam es nochmals zu die morgen ich habe ihr terminal benutzt was hoffe ich war nicht ok schnauze gleich material für die glue kanone gefunden und konnte mehrere ich habe einen neuen chip bekommen letzte chance nach angriff die dich normalerweise töten würden hast du stattdessen noch eine gesundheit 50 kund ablückzeit geil ich habe auch essen entdeckt liegt auf dem tisch keine sorge habe alles überprüft ist vor aliens sicher zappelt nichts ich würde aber erst ich will kosten lassen wie bitte nur ein scherz ich setze ihnen keine aliens vor oder überhaupt irgendwen das wäre unmenschlich das richtig ich habe waffen abgab bekommen von ihnen oder die belohnen mich richtig dass ich sie rette ja ich hätte gerne ein eilung er hätte es doch hinten schnell sperren ist doch jetzt die kragen station nicht gegenüber na da unten ist die kragen station hier ist jedoch rennen doch über herum da ist auch einer halb ich ein bitte bitte ja ja hatte ich auf jeden fall dankeschön schon wieder wie neu so wissen sie wieso ich meine akte gefälscht habe sie waren sich so sicher als sie mich gerückt haben morgen ich sei egoistisch und mein vater wurde für seine kritik an der sowjetischen intervention in indien verhaftet ok viele heftlinge gehen in sibirischen lagern verloren aber mein vater verschwand ich wusste nur dass transter volontäre aus diesen arbeitslagern rekrutierte ich bin wegen ihnen hier und alex und ihren experimenten wollte ihn finden und jetzt er war hier ich da auf ihrem computer haben sie die namen und ids aus der psychotronik gefunden von dr gallegos die russischen volontäre wurden nicht auch nicht erwähnt auch eine id gehört meinem vater wir können sein experiment protokolle auch nicht schlecht wir versuchen es menschen einfach volontäre zu sagen für menschen experimente wüsste ich endlich was aus ihm geworden ist da da zu talen ernst jetzt 010 655 32 morgen ja morgen pass das für volontär daten mal gehalten ja jetzt hab ich das schon morgen ließ mich ach das haben wir schon was mit dir hier ich hoffe ich darf ihren fabrikator benutzen ja klar da hast du du darfst meinen fabrikator gerne benutzen habe ich nichts dagegen january was ist denn jetzt hier vielleicht ist die koralle eine art speicher für die energie die die typhon angesammelt haben chorale nein ich glaube nicht für mich besitzt die koralle verblüffende ähnlich warum gerade russische volontäre tja das russische strafsystem ist gnadenlos ja und ihre wirtschaftsinteressen ähnelten denen von transtar es war kathrin news idee die ihre mutter und alex hat den nutzen erkannt also wurden sie zu politischen zwecken und zur kostenersparnis ermordet könnte man sagen ja halte ich für diskutabel aber ich will sie nicht anlügen diese zwei faktoren haben sie für uns zu guten forschungskandidaten gemacht es ist einfacher einen mann zu einem experiment zu überreden wenn seine alternativen die todesstrafe oder ein leben hinter gittern sind auf jeden fall ich halte volontäre für diskutabel doktor ja outplayed ich würde jetzt mal das hier dass ich das irgendwo noch looten kann warum ist das zu bei looking glass sequenz ne ah ok 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 ah guten abend weil viel hoch mit dem büro ist einmal im monat ärztlich untersuchen zu lassen doch für die fliege fliege eine schnelle und möglichst schmerzfreie prozedur ok ja morgen morgen mhm und aus ach das ist auch wieder komisch ähm das war ein etablierter prozess ich gehe ab die diskutieren aber noch rum ähm da genau auf der brücke auf karte ansehen wo ist die brücke denn da wir müssen ins abatorium mhm 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 die wandern schon auf der brücke na klar ja auch schon auf der brücke die koch die chatten aus wir wussten doch was in der psychotronik vor sich ging oh was sie dann diskutieren ja ja das waren volontäre volontäre umbringen lassen wollten sie sich sicherlich nicht sie leben weiter miss illusion alle ihre fähigkeiten talente leistungen jetzt sind sie zu so viel mehr imstande so wie eltern die erfahrungen an ihre kinder weitergeben ernsthaft haben sie mal wissen sie überhaupt was es bedeutet kinder zu haben igwe wie bitte was meinen sie damit hm ich werde alles in meiner macht stehende tun um aufzudecken was sie hier getan haben das wird aber nicht passieren glaube ich noch ein wort und ich schwöre ich erschieße sie oha ja also volontäre einfach zu sagen anstatt äh versuchsobjekte für unsere menschenexperimente volontäre klingt das schon halt schon viel besser ne tja fahren wir mit dem aufzug mag ich sagen ich nehme schon den glue in der hand weil wir wissen das ich habe uns noch mal ein paar fan tipps im aufzug spawn ach ja ein ladebildschirm beginnt hier obwohl wir noch jetzt das ladebildschirm aber ein zu schnelles ladebildschirm aber ein zu schnelles ladebildschirm so loo ist er ich bin wieder da so was hast du gemacht ich bin auch klug hast du gedacht dass es auf klug ist ich wusste dass du weg warst hm hm ok steven wir kommen zurück danke steven ja ok dein dank kam nicht komplett zu her ok ist er jetzt wieder ausgeteilt da ist er weg da und dann war weg ok ja klar gucken wir doch welche Viecher warte mal wir können doch eigentlich sagen wir nehmen nochmal eine 80-Porto ja ich schicke dir den kurz meinem Klavitationsschacht sofern er noch funktioniert oh da ist ein wehbar wir können jetzt natürlich ist es so ein fettes fight fight du hast ein dickes phantom nullwellen recycling EMP einfach das Vieh jetzt können wir das theoretisch einfach mit der Schrotflin den Schrotflin sich einfach da machen oh Gott sehr schön wir haben alles steht unter Strom ist ja ein bisschen doof gewesen aber jetzt können wir nämlich auch hier unten rein weil wir jetzt die Bekraft 3 haben ok warum kommen wir das what the warum jetzt der große Bimiker kommt keine Ahnung frag mich nicht frag mich nicht what the ok hier irgendwie habe ich wieder rein keine ahnung frag mich nicht waffen upgrade schrotflittenfabrikaterplan waffen upgrade zwei schrotflittenpatronen sehr schön liebe kraft 1 und oh bisschen loot noch oh Ersatzteile nochmal zwei Stück ja Ersatzteile kriegt man jetzt mittlerweile genug ok das war es hier schon naja so gut war das jetzt auch nicht mehr ehrlich ist dieses lauter Rausche weg jetzt kommt man hier so laut rauscht hm ok das darf man upgrade zwei Stücke haben zwei Waffen Upgrades für unsere Schrotflincki erstmal auf 10 Schuss erhöhen durch die Nachladegeschwindigkeit ich kann die Schrufe fast wechseln Rückstoß auf 10% runterschrauben aber lieber Nachladegeschwindigkeit um 50% erhöhen aber 50% doch 50% ne warte mal das sind 5 um 30% 30% 30% erhöhen Nachladegeschwindigkeit ohne halt den Rückschuss um 40% senken Nachladegeschwindigkeit gibt die Antille, wenn man die Waffen eine Waffe maxt das ist mir aber relativ egal aber ich will die Stufen einfach halt geil haben oh das die Waffe ist mit der ich jetzt die ganze Zeit spiele da draußen ich will ja nicht besiegen sonst andere mal habe ich nicht schnell speichern irgendwo eine Leiche das ich irgendwie mit Menschen klauen könnte und daraus jetzt eine Leiche dann kann ich das zu Phantom machen he 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 Phantom der für mich kämpft die west nine das reicht nicht aus das 1300 wie der Räuse ein stärkeres Phantom das könnte ich kämpfen seine art zu sehr egal besser als nichts schon mal kann mit meinem freund wird doch unbegrenzt oh ja sport sich einfach mit das wurde sofort gekillt von dem oder oder blitzt die cc machen für zu sehen der hirn kackt oh gott ich kenne mich sehr freundin wirst du oh gott oh gott oh gott oh gott wo ich jetzt hier oben drauf fragt mich gehalten zu reparieren mach macht die weg oh gott oh gott oh gott so ein bisschen heilen denn der mimik da oh oh meine güte wir werden erst die schrofflinde raus wollen mal kurz wie mein weber und da oben ist als ob der da oben ist wirklich als ob der kleine scheiße da oben sitzt wirklich kuhstrahl aus und los feuerfrei es wird den weber erfolgreich jetzt kannst du wechseln noch aufbrechen hier oben jetzt hast du ihn hier unten auch meine güte ich wollte auch noch ein blätter für uns zaubern können egal machen wir jetzt aber halt die fotos über die die anderen immer lachen jedes bild ist ein dechiffrierungsschlüssel zu einem satz neural daten konnektome der gäste die auf der station waren unter anderem von leitner dem pianist ist jetzt tot diese fähigkeiten dürfen nicht verloren gehen das ist alles was von ihnen bleibt bitte morgen ich wäre dankbar wenn sie ich schicke ihnen eine audiodatei die den tresor in meinem raum öffnet sie können sie mit ihrem transcribe wiedergeben ok das zum schild beschaffe aus der das habe ich schon gehabt ok sehr schön ich gucke wie viel nachgemotze ich habe gar keinen nein du musst dich abgehören ist das eigentlich leichenschändung wenn du es die phantome macht warum leichenschändung ich meine sind tot leichenschändung wäre das wenn ich wenn ich mit dem geschlechtsverkehr treiben würde oder sowas geben das wäre auf jeden fall leichen schändung wäre das wenn du eine eingegraben leiche ausgibt das ist leichen schändung wie nimmt man das dann ich fand leichen zu monstern um keine ahnung abplünderung ja das zeug ins wasserleitung schnell sprechen kurz kurz mal rein leiten hier psychoaktive sachen jetzt ne das ist nicht das richtige gewesen was brauche ich denn dafür ich habe das immer nicht gefunden irgendwie so eine spezialdinger shit brauche ich irgendwie dafür ich höre mal ja was ist eine ok jetzt hoffe ich werde sich wieder bestraft das jetzt gut wie es geht so gardening tipps sprengtler ja ja tschechische werbung ja für about you wir haben danke so lange geht von der tippen welche tschechische mozzarella ja mozzarella tschechien du brauchst den dortigen da ja gut der hat schon über 2 gesehnte hat es okay das war mir lustig Er hat auch sein Leben gemaxed, als ob. Eigentlich auch keine dumme Idee. Er hat irgendwie ein Ding, ja genau, er hat ein Ding gefunden. Die Grow-Formula. Ah, okay, er nutzt den Lüft irgendwo da oben, den kannst du da wahrscheinlich dann. Okay, die Grow-Formula finden. Verstehe. Ich denke mal, wenn ich das ziehen möchte, dann. Ich würde das hier mit reingehen ins Dingersystem, wenn ich das anmache hier. Die Grow-Formula. Vielleicht fressen die Füchte ja die Typhons auf oder so. Bleibt hier am geilsten. Guten Abend, Paul. Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie freiwillige Überstunden gemäß unserer Firmenpolitik dem Stationspsychologen zu melden haben. Die Projekte anbieten Spannend sein, aber selbst der brillanteste Kopf braucht einmal Ruhe. Sie sollst, wenn du freiwillige Überstunden machst, solltest du zum Psychologen gehen. Dass Sie die Begründung keine Überstunden machen, Freiwilliger, ja? Denn der Begründung, der klügste Kopf braucht auch mal Ruhe. Ist ja an sich auch richtig. Hat sich eigentlich nicht schlecht gedacht. Leute, macht nicht Überstunden, unbezahlte, äh, Freiwillige. Ja, für jeden unbezahlte Überstunden. Na, nicht unbezahlt, nee, aber macht keine Überstunden. Ähm, wenn es hier sein muss. Nee, muss man ja Bock haben, das jetzt rauszukriegen, wie das funktioniert oder irgendwas. Ah, 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 jackpot, Alter, einmal, yo, Alter, oh Gott, yo, jo, schlechter kann es gar nicht laufen, ich habe Hacken komplett verlernt, wirklich. Ah, ich bin dreimal gegen, getasert worden da, übergegeben, bouncer, das wäre richtig dumm. Zu meiner Anfänger im Level 2 Hecken, so, da sind die auch raus, ja? Funktioniert Ich bin eigentlich jetzt ein Phantom Armee bauen, oder wie sieht es aus? Oh, das ist Weber, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 4, 4, 4, 4, 4, 6, schnell hier rein, tschüss Weber Scheiß doch woanders machen, mir nicht Wahrscheinlich irgendwie irgendwo den Dünger finden, die Grow Formula Die Berge sind aber so aus das Pappmaché, geil Mach doch wo auch Sinn, dass hier so Pappmaché sind Oh, Düngermix, ah wir können Aber Dr. Lin aus der Psychotronik war so nett, mir eine Probe eines Materials 68 Snacks, okay, wir müssen wir snacken Begeben, dass die Effektivität der Phytohormone bei bereits reifen Pflanzen verstärken dürfte Ich erwarte eine verkürzte Reifungszeit, eine erhöhte Ausbeute und einen außerordentlichen Heileffekt Hoffentlich schmeckt das nicht scheiße Ich brauche nur die Erlaubnis, den Plan durch den Fabrikator laufen zu lassen Nein, die Erlaubnis hast du von mir jetzt bekommen Ah, jetzt dann wie hier Ah Ach ja Jetzt haben wir die Grow Formula Stowage Hecken 4 Jetzt können wir in den Stowage rumhecken Ich brauche schon, ob wir das hinkriegen Hecken 4 bin gespannt Erstmal Hecken 4 Ah, das ist groß So dann Ganz nach unten Zieh durch X Geht aber eigentlich Hecken 4 habe ich mich schwierig vorgestellt So dann So dann So dann Ich habe fast 10 Sekunden noch übrig Alter, ich habe fast 10 Sekunden noch übrig Ab Hecken 4, ja Operator nähert sich Q10 Shaggedefte Pistole Geschütz Ja, das ist Pisst auf mich, ich weiß Das war es schon? Wer ist denn nicht drin? Hacken wir das mal schnell noch? Ich finde Hacken 4 sogar einfacher als Hacken 2, ja Ist halt irgendwie Keine Ahnung Komisch Oh, das war die falsche Schaste Ah shit Oh, das war Klaus Komm jetzt kurz, stell mal raus hier Tag das jetzt mein, mein, mein Dings Ah, er tagt nicht meine Teif Das ist sehr gut Ah, ich habe Waffe Upgrade Okay Ich habe nichts gesagt Hacken wir schnell nochmal Ah, dieses System wieder Das Die, die wir öfter Die hasse ich aber Die kann ich immer nicht Oh, C Obwohl, das geht es ganz gut Oh Gott Ich glaube, hätte ich nicht sagen, dass ich es gut kann Na, Mann Da hab grad installieren wir gleich mal F Gott, 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 Gott Jo, geil Ist bestimmt dagegen bei uns Ah Nochmal F Hack Erfolg, ist ja schon Verstärken brauche ich die Geschütze nicht, wozu auch Ah Ah Wo ist das noch Waffe Upgrade? Viel Schrofflinke nochmal Oh ja Ja, Rückschluss minimieren Ah Waffe nah Archiv unterhalten Da wir die eine oder erste Waffe komplett abgegradet haben Sehr schön Sehr schön Sehr schön Sehr schön Hm Die ist dann wohl so auch fertig Keine Plastner Schüsse kann ich für den Starwärtsschuh Als ob Ah Das ist erstmal kurz das Recycling Und im VB-Kater mal die Dünger herstellen Am besten nicht zweimal Damit wir oben Flüssgewächsatz das auch nutzen können So Pistil Pistil Schrofflinke Ich muss da ne Menge Metall geben Boah 4 Ist okay So wie teuer ist der Dünger Düngermilk So Oh Ein Experimentär Dynamics von Dr. Julian Hardwood Äh der hat Trageneffizienz der Trageneffizienz der Trageneffizienz der äh Da bin ich direkt bei Alex im Büro drin und da komme ich dann nicht mehr raus Da muss ich dann gleich den Schlüssel und bla und dann ist das Spiel zu Ende und ach Nein 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 lieber nicht So Ich bin gespannt wie der Düngermilk hier eskaliert Geh äh äh Düngermilk Ich sehe noch nichts passiert mit der Pflanze Aber ich sitze doch hier Hier ist der Weber Aber Haben wir die Nullwellen Transmitter Hier haben wir auch einer ja Kurzweil wir wissen und ausschalten Hat genau nicht funktioniert geil Denn Werden Wir ihn Totschroten würde ich sagen Das funktioniert bei ihm Weber Hau nicht ab Weber Hau nicht ab Weber Das macht man nicht Weber Das ist unfair Weber Wo sind der Weber Wo sind der Weber Alle fremd kontrolliert Jetzt hier Düngermilk ausstreuern Da wird das doch hier Absolut eskalieren Und nicht Äh Snacken wir mal ein bisschen was Die hat der Weber Der ist einmal weg oder was Jetzt Hm Äh Schnell speichern Und so Äh Äh Sprinkler aktivieren Nicht näher kommen Nicht näher kommen Das Hat jetzt Das genau gebracht Ich kann mich nicht beherrschen Ich kann mich nicht beherrschen Bitte So will ich nicht sterben Was tun sie Verschwinden sie los Was tun sie Verschwinden sie los Die wächst jetzt hier noch Die wächst jetzt hier noch Ich verstehe die wächst jetzt hier noch vor sich hin Die Zeit Ähm Ich sag Oh Gott Machen wir einfach jetzt hier oben das Teil Fertig Machen also kurz bisschen Äh Zieh wieder rein hier Und Und Mach einmal Die Tür auf Das ist ein Telepath Okay ähm Gut strahl Kurz nachladen Jetzt einfach mal kurz schnell sparen drauf da Okay Okay Wirklich nicht schlecht über die erhöht mal da Oh Gott Äh Die anderen Die haben fest Wenn die jetzt zu uns gerannt kommen Oh sie ist gerettet Was ist passiert Wo Oh Gott Oh Bitte sagen sie dass sie dieses Ding getötet haben Ich wollte die AAG Die Auslösergeschütze aufstellen Dann war auf einmal alles Farblos Und alles war irgendwie Schinken tomato Ich hatte keine Kontrolle mehr über mich Ich Aber Die AAG sind noch immer im Lagerraum Wir können sie einsetzen Hast du Hast du mir jetzt die Kode gegeben für den Lagerraum Oh Gott Oh Gott Da wo ich jetzt reingehackt hab Oh Mann Ja das ist der Lagerraum Oh Gott Wow Na egal Schon einmal ein Teil für ein Organismus aus der Eindämmung ausgebrochen Kurz nach ihren ersten Neuromore Tests Sie haben sich mit Alex über die Einstellung des Projekts gestritten Über eine Evakuierung Aber Alex behauptete die Situation unter Kontrolle zu haben Hm Danach haben sie sich ins Geheim vorbereitet Den Plan führen Zündschlüsse Videos Haben sie die AAG gefunden? Und das January Protokoll verstört Die erledigen diese Dinge Ihre Bedenken waren begründet Die erledigen diese Dinge Die erledigen diese Dinge Die erledigen diese Dinge Die erledigen diese Dinge So und Äh Ein Upgrade Ein Chipsatz Das ist ein Psychoskopschubsatz Ja Verringert die nächste Zeit immer weg zu reparieren Das wäre ganz geil Aber ich habe leider keinen Platz da oben drinnen mehr Jetzt verstehe ich also Steven Ja Ähm ich habe also Ich habe mir selber diese ganzen Sachen hingelegt Weil einmal schon ein Typhon aus der Eindämmung ausgebrochen ist Und ich mich Es prägt an Dafür war das Projekt einzustellen Aber Alex Also mein Kollege Mein Zweit Boss Äh der andere Boss Ach das Ah das geht noch Und dann habe ich halt Heimlich diese Skripte angelegt Und sowas Die Videobotschaften Weil ich halt mich vorbereitet Dass das nochmal passieren sollte Dass ich halt Ja Weiß was passiert ne Ja Der füllt Psi auf Ähm Dadurch habe ich halt Dadurch habe ich halt Video Die Shit angelegt Die Videobotschaften sowas lang dauert jetzt noch der wachstumszyklus das schon was dran ziele gettentipps vier minuten noch schnell spinnen kann ich das schon pflücken ne noch nicht spannend vor allem ich müsste jetzt für snacks haben aber ich habe 110 snacks habe ich jetzt ja viel spaß beim futtern ja weil ich halt einfach halt so viel shit habe bekommen ja wenn man grindet dann auf jeden fall ne einfach weil ich halt dafür na wie soll ich sagen ja im gewächshaus einfach so viel zeit gefunden habe auf einmal das hat sich halt alles so geleppert ich habe noch waffen abgenommen packe ich jetzt ein waffen abgenommen als nächstes drauf glue kanone naja der kursstrahl wäre nicht schlecht pistol glu 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 effizienz oh ja 225 jaja weil die nutze ich eigentlich am meisten die glu kanone danach noch und eigentlich den rausschlüsselpiste glu kanone kursstrahl selten so und die reiferte nachlageschwindigkeit erhöhen bewegungsgeschwindigkeit auch oh ja ich muss auch nicht nur vom kuhstrauch die noch deutlich erhöhen ich hoffe dass er so langsam wirklich ist aber der eventarplatz ist wirklich groß gut dass wir so viel haben weil seit folge mit 110 snacks halt ne was am meisten jo 20 20 schinkentomaten naja das ist klar ne boah wovon haben wir noch viel 20 sunburst bananen ok das hat wirklich nicht gedacht zum recyceln der vorkriegt 2,4 biologische material sind und sich überhaupt nicht in irgendeiner hinsicht zu recyceln eigentlich könnte noch ein bisschen was essen hier sollte eigentlich jetzt genug dragon vor 30er pikion nicht geragt jetzt aber 20er pikion durch essen geragt so ich gehe kurz aufs klo und wir gucken uns dann die schicken tomate an wie sie wächst wie lange ist noch eine zeit die wir hier abwarten müssen gärtner tipps 3 min 38 bis gleich viel leisten was soll hier passieren aber ich speichere noch schnell was irgendwie jetzt noch einmal oh wie jetzt ein albtraum spawn soll dass es keiner passieren richtig lustig ab und zu mal anscheinend zumindest habe ich noch kein system hinter entdeckt teilweise na gut bis später das ist schon aber wenn auch die so hier ю Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, I'm back boys and girls. Wie viel Zeit haben wir da noch? Aber ich habe vorhin gesagt, bis später. Ich glaube schon. 48 Sekunden. Ja, ich habe gerade im Wurzag guckt, wie es aussieht, wie es aufgeblüht ist. Es ist schon besser, auf jeden Fall. Aber noch nicht perfekt. Oh, wie groß der Mond hier überhaupt ist. Nicht schlecht. Dreht sich der ganze Mist? Als ob. Weil wir draußen sind, oder? Nee. Haben wir extra einen Aussparen lassen für den Mond? Ja, als ob. Wer kann ich lange, ich bitte leiden, wie lange. Noch nie komplett ausgenutzt, das Zeug, glaube ich. Ich höre, als ob. Als ob ich so weit geleitet bin. Ich habe Angst vor Schicken, Tomate. Die frisst bitte auch auf, oder so. Pflücken sie, super Frucht. Sieht noch nicht sehr super aus, würde ich sagen. Kann sie dich pflücken? Komm, da dachte ich mir auch, irgendwie ein Shit. Ah ja, wirklich. One become famous. Ja, genau. Die haben eine neue Domain gekauft. Die andere Schwerer Block ist drauf. Frechheit. Kann sich pflücken. Jetzt. Super Frucht. Buy followers, primes and views. Ja, ja. Primes kaufen. Primesubs. Hä, für ein 10er, 15 Primesubs, wo machst du halt Gewinn mit, ja? Wenn das geht. Ah, das wird mir jetzt interessieren. Aber es bringt mir jetzt Super Frucht. Was bringt mir die? Eine Super Frucht. Okay. Ich kann jetzt endlich oft machen, aber was? Dauert hat bloß die Minuten. Zieht abgeschlossen. Okay. Wie teuer sind die Primes? Jetzt mit die Zwischensteam. Jetzt mit das Wissen, ja? Ja. Kann es doch nicht sein. Ja, okay, ne? Was soll ich sagen? So. Sieht schon mal sehr unlegend aus der Seite, ja? Ja, okay. Gehostet in Russland. Ja, gut, ne? Also für monatlich 2 Dollar 1 Cent im Monat, ja? Kriegst du 200 Follower mit Real Name und Most of Active Accounts of Avatars, okay? Für 5 kriegst du 1000 Follower, ja? Natürlich. Okay. Kingplan, 100 Dollar im Monat, oder was ist das? Weiß ich nicht. 30.000 Follower, natürlich. Subscriber Boost Plan. 10 Subscriber, 14 Dollar. 10 Subscriber. Lass mich rechnen. 1 oder 25, 25 bringt mir 1 Sub. 2 oder 25. Rechner. Warte mal. Das sind einfach mal 10. 25 Dollar sind für mich 10 Subs, ja? 25 Dollar. Ich zahle 14 Dollar, heißt ich muss sogar gewinnen, wenn ich mir Prime Subs not kaufe. Aber, wovon ich auf jeden Fall abraten würde, weil das ist irgendeine russische Seite, ja? Ich habe keine Ahnung, ja? Ob das, ich bezweige, dass es in irgendeiner Ansicht funktioniert, ja? Als wenn das funktionieren würde, Alter, das wäre geil. Vor allem das verstößt hart gegen die Twitch-Richtlinien, ja? Was da immer, dann bist du weg. Naja, ich meine, wenn ich es selber mache, ich auf jeden Fall. Ich verstehe nicht, warum man sich sowas kaufen sollte, Alter. Du machst damit Gewinn, ne? Ja, mag sein, aber trotzdem. Du machst damit, du kannst... Aber Pay boostet euch trotzdem. Nein, durch die Subs, aber du kannst die Sub-Badges dadurch freischalten, was Main-Modes, ne? Echt? Ja. Ich brauche 50 Subs für das nächste, für das letzte, für das fünfte Emo, was ich freischalten kann. Ich kriege 50 Subs für 70 Dollar. 70 Dollar. 50 Subs für heute auf den Taschenreiner. Warte, der war 50 mal 2,5. Ich kriege den Taschenreiner. 50 mal 2,5. 125 Dollar. Bringt mir das ein, ja? An Payment, was ich von Twitch bekomme für den Sub, ja? Und 70 Dollar kostet das hier. Minus 70 Dollar. Sind 55 Dollar Gewinn. Wenn es funktioniert, ja? Das ist steifelig hart, dass es funktioniert, weil ich meine... So, könntest du halt easy peasy richtig Cash machen, ja? Das wäre schon hart. Ich meine, das wäre schon nicht schlecht, dann hätte ich zum Beispiel das letzte Sub-Emoot frei und sowas, ja, aber... Ne. Das habe ich nicht nötig. Das habe ich nicht nötig. Du hast trotzdem keine Zuschauer bei 300 Subs. Nein, es gibt nicht da oben die Subs, sondern einfach, damit ich halt für die, die es haben, ein neues Emote freischalten würde, weißt du, was ich meine? Weil das ist halt, das System von Twitch ist halt so ein bisschen, ein bisschen genial gelöst. Hey, du wirst Leute coolen Content geben, ey, du kannst aber einen Emote, du kannst sogar einfach zu beanfangen. Der Sub dich denn, wenn er nur einen Emote kriegt, so effektiv. So richtig, richtig, so richtig nicht viele, ja? Du musst Emote, Subst damit, um mehr Emotes zu bekommen. Hätte ich, wäre mein Junge nicht da gewesen, ja? Hätte ich niemals so viele Emotes gewesen, ja? Hätte ich jetzt wahrscheinlich noch beim ersten oder beim zweiten gewesen, ja? Dann wäre ich beim zweiten wahrscheinlich, wenn überhaupt gewesen. Dann würde es kein Corona-Emote geben, ja? Und auch keinem mit dem Herzchen. Und auch keinem mit der Maske. Ach, haben wir schon gerade. Und keinem mit Geld, ja? Der mit Geld wurde sich so gewünscht von meinem Junge, ja? Ich dachte, ey, boy, du kannst dir einen Emote wünschen. Du hast so viel Subs da gelassen, du kannst dir auch das Emote wünschen, jetzt, ja? Eins. Ja, was denn? Er wird den Roboter haben und er wird Geld wedelt, ja? Mich? Ich muss mir eine Phantom... Jo, alter. Als ob das hier schon mal kaputt war. Wir hätten das kaputt gemacht, den Shit hier. Ich muss mir eine Phantom aufbauen. Ach, hier ist es mit dem Chefkoch reden. Die Chefkoch killen, ja, gesagt. Was? Chefkoch? Was hast du auspackt? Chefkoch wird jetzt gekillt, weil er frech war. Da war eine Bannone im Koffer drin. War ich schon mal auf der Brücke? Ich weiß gar nicht. Muss aber, glaube ich. Aber sieh mal als Geburtstag, natürlich, nehme ich gerne 70 Prime Subs natürlich entgegen. 70, 50 Prime Subs, ja. Natürlich, gerne. Mach ich. Ich weiß nicht, wenn sie nur sagen, nur Banküberweisung. Okay, dann ist ziemlich klar, dass es game ist. Dann die Paper, aber es ist auch kein Kafferschutz bei Paper. Wirklich? Hat man Kafferschutz bei L... Nein, nein. Hier ist ein Albtraum gegeben. Hier ist ein Albtraum. Schnell den Aufzug! Huuu! Wie er da durchsprintet. War ich hier ab schon mal? Ah, das ist hier. Ah, das ist hier. Reparatur. Ja, war anders, wo ich hier bekomme. Oder Reparatur. Irgendwas braucht er drei. Der Kopf war doch kaputt. Ja? Wir sind jetzt fertig. Fertig? Deswegen sind wir fertig. Du, er ist hier kocht, ey, der fette Typ. Ist der Tore oder was? Am besten kalt serviert. Ah, Rache. Okay, ich verstehe. Ich hätte mit dir, wenn ich ihn gelootet hätte, wäre das hochgegangen nochmal hier. Die Recyclingladung. Na, warum hat das zwei Stück? War nicht einer, die ich... Irgendwie Hebelkraft braucht? Irgendwas braucht ich doch hier. Das weiß ich ganz genau. Irgendwas war hier. Chipsatz, EMP-Laden und Fabrikatorplan. Uh. Lässt ihm was Neues passiert? Ist das ein anderes? Ich weiß es nicht. Erhöhnt den Schaden, Alapsie-Eingriffe um eine geringe Menge. Ja, geringe Menge ist aber shit. Ist ja auch das Heidenladen durch den Boden geschwebt. Ja, Chefkau musst du recht töten. Er ist einfach so gestorben. So, ja. Hi, 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 hi. Hi, hi. Hi. Morgen, you. Hi, 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 hi. Tot. Das war alles. Fetter Spaß. Wirklich hier. Du hast nicht verdient, auf dem Sitz zu sterben. Hässlicher Typ. Alter, wirklich. Die küssten sich einfach hier abschauen. Und die Bohnen geschmissen hier. Dr. Hadley Dalton hält Ende der Woche im Lobby-Trainingsbereich ein zusätzliches Seminar über Neuralkonnectome. Klingt spannend. Ja, ja. Platzreservierung bitte per E-Mail an Dr. Dalton. Klingt spannend. Klingt spannend. So. Schier unten ist nämlich der Platz. Mister. Ich bin lustig. Aber jetzt bin ich von wo jetzt hier herkommt. Ich bin von der Brücke hergekommen. Aber Tore über die Brücke. Der Albtrom ist weg. Sehr gut. Jetzt kann ich hier wieder hochgehen. Ne, das war eine andere Zelle, wo wir waren. Wo wir sowas gebraucht haben. Das war, ähm, im Reaktor da in der Nähe. So. Großer Immig. Oh, erst mal schön gefinisht. Ich denke mal, dass die mich attacken, dass ich jetzt so ein... Hier, finisher move ist, aber nein. Nein, ich reparieren. Mann, ich hab fast repariert und nämlich jetzt schon selbst gedamaged. Ich sag mal, hier machen wir auch noch wahrscheinlich, aber erst mal schön hacken. So, F. Elektro-Teifen. Den EMP'n wir schon mal den zu Tode, würde ich sagen. So. Ein Schrohschluss. Sehr schön. Der ist da gewesen. Gutes Geschütz. Liebes Geschütz. Oh, Chipsatz. Tod von oben. Tod von oben? What the? Äh, beim Fallen auf einen Gegner oder Verbündete erleidet dieser Schaden. Ja, ist okay. Ist jetzt aber wahrscheinlich nicht so, dass... EMP-Ladung. Transcribe. Ah, das Shuttle. Was? Was ist mit den anderen Shuttles? Das sind nur die Devonen. Die dafür alle. Sie starten von der Station, verschwinden acht bis zehn Minuten und tauchen plötzlich wieder Die VIP-Shuttles verhalten sich normal. Verstanden. Behalten Sie das für sich. Was denn, Chief? Exakt. Gute Arbeit, Matt. Elisar, over. Ach ja. Ich habe bekommen ein SOS-Signal von einem Kirk Rammer. Ich wollte ihn in Sicherheit führen, aber die Verbindung wurde unterbrochen. Er sagte was von Fluchtkapseln und Lebenserhaltung. Sprechen Sie mit Chief Sho, oben in der Datenzentrale. Ich bin kein Netzwerktechniker. Das war ein bittiges Looking Glass, als ob... Oha. Oha. Bitte sagen Sie mir, dass ein medizinisches Team unterwegs ist. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Aber ich kann Ihre Nachricht an Dr. De Vries weiterleiten und... Verdammt, ich muss Schluss machen. Äh, Looking Glass Engine. Ah, da, da. Peleoptische Außenkamera 1, 2, 3. Okay, die Anmerkung bei technischen Problemen. Der Wildschirm, bitte, Doktor. Ja, okay. Looking Glass, Kamera, Umlauf. Ich habe auch keine Style. Lol. Lol. Okay. Aus, jetzt kommt gleich wieder Jumpscare, oder? Nö. Oh, das ist ein Leiche. Der wird direkt hier zum Teifen werden. Da möchte ich nicht hin. Aber der Hinterler ist noch ein Operator am Rumpimmeln. Teifenfreund und Helfer ist es ja auch, ja. Äh, Phantom. Och, Mimic. Oh, du machst das schon, Phantom. Da war ich hier angeholt. Hier ist also der Obermarker drin. Neuermod und Transcribe. Ah, die Quartiere. Ah. Wie viel Schüttel zu hier liegen? Oh, what? Oh, what? okay entscheide über schicksal shuttles goldene waffe ich wollte einen notruf zur erde absetzen aber unsere externen kommunikationssysteme haben eine fehlfunktion wenn sie noch da sind wir halten unsere stellung bis zum start der letzten kapseln technikoperator ok einfach alles so richtig zugemüllt ist hinter dem looking glass ja beantragen 9 operator ja ja beantragen den operator müsste da eigentlich rauf kommen aber da kommt man auch aber die looking glass technologie ist einfach halt schon absolut geil das ist einfach ein riesen fenster hier nein so ein bisschen rein drücken und den glue rausnehmen und dann gehen wir da runter mal mal gucken was auf dass ganz kein mimik geht gehen kommt so genau wo es da weiter geht warum die tasse da so komisch beleuchtet ist kein mimik auf jeden fall nichts hier unten jetzt ab und wir können loot gar nichts so leute von hier aus oha nicht schlecht nicht schlecht dass das cool gemacht komplett einmal durchgezogen das ist ja unser teifen den wir schon mal bock was wir heute machen den kochern versuchte was sollte ich noch machen wir gehen in die besassungsquartiere wieder nächsten nächsten film und luten erst mal die ganze waffen und sowas das brauchen wir sehen uns morgen wieder ab 15 uhr geht es wieder aber weiter ja ich bin schon gespannt und zwar wieder viel gespielt heute hat sich gezogen die ganze shit wir gemacht haben wir haben endlich eine menge neue upgrades und neuromods und sowas wo so viel sind es gar nicht aber wir haben viel teurer gemacht hat hacken 4 hacken 3 und noch geabgeordnet reparatur 3 und die ganze schüsse alles hat so teuer gewesen die billigen alle gemacht natürlich ja aber es kommt alles noch mit der zeit denke ich mal ja zum schutze der privatsphäre ihrer kollegen sind sicherheits terminals nur von befugten personen zu verwenden können sie keine blaue uniform tragen sind sie vermutlich nicht befugt ja das ist ein guter hinweis gewesen ja lasst du deinen scheiß figure von sicherheitsterminals wenn du kein sicherheitstyp bist ja gut umschrieben auf jeden fall sehen wir uns morgen um 15 uhr wieder und wir spielen weiter prairie würde ich sagen weil ja macht es spaß denn wenn wir uns die goldene waffe die ominöse aus dem safetone ich habe keine ahnung was es ist ich habe bock auf jeden fall ich freue mich drauf und da kann man nicht die anderen jetzt können wir mich endlich in der quartiere aber ich dachte so herr warum kommen wir nicht rein wo die schlüsselkarten aber klar die sind hier oben wird abgeschlossen was aber sich zerstört haben wir jetzt was jetzt abgeschlossene anzeigen ich habe jetzt hier aber ich habe jetzt 35 ok das geht noch das shuttle event da hat die taters 1 mit 15 wieder verlassen war auf der roten funktional der shuttle können die über wenn könnte vor dem ausbruch startet sein er ist wahrscheinlich befanden sich aber typhon an bord ich hatte die möglichkeit das shuttle ferngeschaut zu sprengen habe es aber sein gelassen ich hätte das machen können da war nicht schlecht aber wo konnte ich das denn fernsteuern bitte wo das wäre eine gute frage gewesen ich habe das mit gekriegt aber ich habe das in der vergangenheit das entscheiden naja ist es so ist hier ein aschenbecher keine ahnung wir wollen uns morgen wieder um 15 uhr wenn wir da spielen ja guck ob sie mit dabei ist aber bestimmt oder sie ist wieder auf k ok gut das ist nicht dabei auch ok tschüss bis bis morgen also und natürlich ja klickt auf den ersten link in der video beschreibung ich müsste ich mal die video beschreibung machen aber das habe ich auch keine lust gehabt mal gucken was die wir müssen die links jetzt auch austauschen und so ja da müsste ich ihn neu schreiben obwohl das ist gar nicht viel zu schreiben mal gucken gut in diesem seite habt einen wunderschönen abend wir sehen uns morgen um 15 uhr wieder tschüssi und vielleicht im treff wieder mal gucken ja tschüss treff ich vermisse dich du brauchst schreibt baut die eindeutig da kommen die ganzen follow-bots wieder und die ja nee das geht so nicht tschüss ja nur wenn ich da ist kommen die richtig reff i look at you ja frech ja